Hallo liebe Mutsis, ganz eine kurze Durchsage bevor es losgeht mit der Folge. Mein aktueller Solo Zero ist immer noch auf Tour. Wir haben noch ganz viele Termine vor uns, die meisten sind schon auf der Webseite kommuniziert und mein letzter Solo, Stand auf, ist gratis und in voller Länge auf YouTube zu sehen. Für beide Sachen könnt ihr auch auf meine Webseite www.joel-von-mutzen-becher.ch Und jetzt viel Spass mit der Folge! Das ist laut! Du trägst schon jetzt den gleichen Kaffee. Und? Der XL. Aber das ist so eine deutsche Röstung. Ja, das ist einfach so eine Plöre. Das ist so eine richtige Plöre und dann noch mit ein paar Rameln dazu wird es richtig süffig. Gestern hatte ich mich in Berlin im Hotel so eine Kanister. Du warst gestern noch in Berlin im Hotel? Ja. Ich muss jetzt in Hamburg sein. Und dann bin ich von Hamburg, bin ich dann auf Berlin. Ja. Und dann habe ich, das hat ihr ja erzählt, und dann habe ich noch Wühlmäuse gespielt. Ah! Und dann habe ich halt nochmal dort übernachten müssen. Ja. Und mit einem von den ersten Flüge auf Zürich fliegen. Ja. Und das habe ich gestern auf der Büchnerin erzählt, weil das ist wirklich so gewesen. Ich bin in einem Hotel, bestelle ich das Taxi für einen Flughafen. Und dann hat es wirklich irgendwie, es hat eh so eine fucking Business-Konferenz gehabt oder so. Und alle stehen rum. Und dann hat es so eine, die alten Kanister, wo du einfach oben so drauf drücken kannst. Und dann hat es fließt so, eben genau so eine Plurie. Fließt dann raus, oder? Ja, genau. So ein Druck-Thermos-Konferenz. Ja, genau. Okay. Und ich so, ah geil! Und es hat irgendwie so eine Milchkernchen gehabt. Und ich so, voll geil, gönne ich mir. Weil das Taxi hatte irgendwie noch eine Viertelstunde gehabt. Das habe ich gesehen auf der App. So, okay. Dann habe ich mir einen rausgelassen. Dann habe ich immer noch sieben Minuten gehabt. Dann habe ich mir nochmal einen rausgelassen. Dann hat er zwei so riesige Plastikbecher, Pappbecher, Kaffee reingeschüttet. Und dann fahren wir los mit dem Taxi. Und auf der Autobahn zum Flughafen platzt der Reifen. Nein! Er platzt nicht. Er hat ein bisschen Druckverlust, weil er über einen Nagel gefahren ist. Und dann hat er platzt. Ist das wie bei Cobra 11, wo man dann wirklich ganz muss Gegensteuer geben, weil das Auto voll raus rast, Richtung Leitplanke? Also ich habe da so ein bisschen unkontrollierte Atmung gekriegt. Und ich habe Geräusche gemacht, wo ich so, hu, hu, oi, oi, oi. Und dann Taxi fahren? Ja, dann habe ich mit irgendjemandem telefoniert, auf Arabisch. Ja, natürlich. Und dann hat er denen irgendwie erklärt, was passiert. Die haben nicht mehr erklärt, was er jetzt machen muss. Und was ich nicht gewusst habe, ist, wenn Reifen platzt ist und du wirklich gar keine Luft mehr hast am Reifen, das klingt wirklich wie, weil du keine Reifenluft mehr hast. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das Geräusch so arg ist. Achtung! Wie ein Traktor. Ja. Da ist er nur noch 20 oder so, hat er können fahren. Dann hat er auf der Autobahn, hat er auf der Pannenstreifen, wo in Berlin etwa halb so breit ist wie eine Pannenstreife bei uns. Ja. Also du hast gewusst, wenn du jetzt die Türen aufmachst, ist sie weg. Dann schränzt sie ab, ja. Dann ist sie weg. Ja. Dann hat er irgendwie eine Pannendrehung aufgestellt und ich habe schon genügend Zeit eingeplant, aber ich habe gewusst, also ein Reifenwechsel noch von einer Stunde und was weiß ich, das geht nicht. Und ich so, Kollege, ich muss an den Flughafen. Dann hat er so, ja. Dann ist er mit 20 kmh, ist er auf dem Pannenstreifen, ist er noch etwa zweieinhalb Kilometer gefahren. Bis zur ersten Ausfahrt. Und dann hat er gesagt, es tut mir so leid, aber ich bestelle mir jetzt hier ein neues Taxi. Und ja, das tut mir ja viel Spass. Dann ist die eine Skohole an der Ausfahrt geholt. Das ist auch absurd. Ja. Dann habe ich es ganz knapp, wirklich so Package, wie heisst es, Check-in. Also das Gepäck habe ich gerade noch aufgegeben. Und dann hat er das scheiss Flohgabe. Sie hatten jetzt irgendwie 30 Jahre, bis sie da fertig gebaut haben. Und für Security haben sie dann einfach irgendwie zwei Schalter offen. Ja, und vor allem, das sind auch so externe Firmen. Das sind dann irgendwie Kötter-Secure-Vertil, wo ich einfach kein Oro. Und du siehst die Schlange und denkst so, okay. Und dann musste ich wirklich rennen, rennen, rennen. Und mit Last Call habe ich das Boarding geschafft. Yes. Yep. Auf jeden Fall, eigentlich habe ich es erzählt, wegen dem Kaffee, weil wo der Reifen geplattet ist, habe ich gemerkt, ich habe viel zu viel Kaffee getrunken für so eine Situation. Ich habe das nicht gebraucht. Ich habe nicht so einen Hartschlag gebraucht. Aber ist das überhaupt, was geflogen ist? Ich habe gemeint, die Deutschen sind wieder am streiken. Verschiedenes. Verschiedenes ist am streiken. Also in Hamburg ist irgendwie gerade der ÖV am streiken. Ja. Da bin ich dann gerade mit dem E-Scooter. Das ist aber geil, oder? Die perfekte Stadt für das. Nieselregen und Pflastersteine. Ja, super. Und vor allem, als ich das erste Mal gefahren bin, habe ich das Handy nicht auf das ... Ah, dann bist du natürlich aufgeschmissen. Du musst es immer anhalten, aus dem Hosensack nehmen, schauen, wie du weiterfahren. Ja, das kenne ich. Und vor allem noch mit den Händen. Du musst zuerst die Händen abziehen. Du musst mit den Händen abziehen. Ich hatte genau das gleiche Problem. Du hast ja auch schon Quatsch-Comedy-Club Hamburg auf dem Schiff. Auf dem Schiff, ja. Hast du auch schon gespielt. Genau. Das ist ja schon eine große Erfahrung. Ja. Also, meinst du es für dich oder für die Zuschauer? Für alle Beteiligten. Für alle Beteiligten. Ja, also bei uns ist es auch sehr speziell gewesen. Also zum ersten Mal am ersten Tag findest du es kaum. Und dann musst du ja wirklich in so eine Rampe runterlaufen. Also du läufst von dort, wo aus der U-Bahn steigst mindestens noch eine Viertelstunde, bis du mal wieder im scheiß Boot bist. Ja. Und es hat teilweise abartig schwankt. Immer wenn nebendran irgendwie, was durchgefahren ist, hörst du auch, wie die Wellen so dran klatschen. Ja, und anscheinend haben sie das ja, das ist ja irgendein Urgestein von der Hamburger Schiffsszene, ich weiss nicht, wie man das nennt. Das Boot? Ja, die Mississippi Queen oder was sie heisst. Ja, richtig, so heisst sie. Und anscheinend haben sie irgendwie für Millionen, haben sie das Ding wieder instand gestellt. Aber wirklich knapp instand. Weil am letzten Abend, wo wir dort gesehen sind, hat es in dem komischen Backstage, wo ja quasi wie es Unterdeck ist. Richtig. Dann hat es dann einfach von der Decke getropfen. Oh, und es ist auch nicht geheizt. Nein, es ist arschkalt. Es ist arschkalt, ja. Und die Decke hat sich auch einfach wölben. Oh, scheiße. Du hast gewusst, da ist richtig viel Wasser auf dem Zwischenraum. Ja. Und, äh, nein, es ist alles wirklich grenzwertig. Also bei uns sind die Comedians einmal quasi direkt hinter der Bühne gesessen, weil es unten einfach so arschkalt ist. Ja. Und unangenehm. Und, äh, ja. Ja, also die eine ist ja krank geworden, nach dem ersten Tag. Ja, willst du das bitte noch ausführen? Oder darf man das nicht? Ja, das Kollegen Schelter. Oh, oh. Nein, okay, dann erzähl doch. Also, äh, ich kann die offizielle Geschichte... Fantastische Kollegin. Ich kann die offizielle Geschichte erzählen, ja? Achtung, du, das sollte ich schon rumschreiben. Ja. Du findest das Tier. Ah, findest das Tier. Ja. Jeti ist am ersten Abend gekommen. Und, äh... Wie heisst die? Nicole Jäger. Ah, ja, jetzt. Und Nicole Jäger ist gekommen. Ähm, und ich glaube, also, das ist jetzt kein Geheimnis. Das ist die geile Iranerin, oder? Ah, das ist Amiri, sorry. Und? Gibt es noch mehrere? Ja, es gibt zwei. Okay. Nein, Nicole Jäger... Die andere heisst Bülsch an Krampfs. Nein, Quatsch. Ja, logisch. Nein, die erste ist die Enissa und die zweite ist die Amiri. Okay. Also, und Nicole Jäger, also, die redet ja auch nicht im Programm drüber, die hat ja auch ein Buch über das geschrieben. Nicole Jäger ist ziemlich übergewichtig. Richtig. So. Jetzt habe ich mir gedacht, das ist für sie wahrscheinlich schon nicht so eine geile Anreise. Weil es ist schon für mich nicht eine geile Anreise. Weil, wie du sagst, du musst ja dann, bis du bei dem Schiff bist, musst du noch über, keine Ahnung, was für Brücken und, und Aufstieg, Abstieg und da Stägele und so. Ähm, und ich glaube, das ist schon nicht mehr so, das ist schon nicht mehr so einfach zu machen. So. Ja. Und sie hat dann auch nicht ins Backstage wählen, weil es ist viel zu steil gewesen und hat sie gesagt, es ist zu anstrengend. Und so steile Stäge drauf. Und dann ist sie halt die ganze Zeit hinter der Bühne, auf dem Schiff, wie sie aber irgendwie Backstage gesessen, auf einem wahrscheinlich für sie auch sehr unbequemen Stuhl, und am nächsten Tag ist sie krank sehen. Das ist ja auch ein Sicherheitsrisiko. Weißt du mal, Aknas, das Schiff geht unter, die bringt ja den Arm nicht in Rettungsreife in dieser Zeit. Also so wie der hat das Schwierig. Ach Gott. Wobei, also, doch der Arm schon. Ja, aber dann ist es vorbei. Du brauchst einfach zwei. Sie braucht vier. Für alle Gleimassen. Ah, herrlich. Ja. Fertschäming schneiden wir raus. Nein, das muss jetzt wirklich, ich lasse das jetzt denen. Ja, natürlich. Ich lasse das jetzt denen. Da wird ja eh nichts geschnitten, oder? Richtig, weil sie selber eben über das reden. Ja klar, ihre ganzen Gags sind ja rund um das Thema. Genau, genau. Und es sind wirklich viele Fans aufhören. Also, die auch noch haben, welche Bücher signieren lassen. Voll, voll. Aber das ist auch noch so ein bisschen, die ist ja noch halt Motivationscoach, oder? Ja, kann gut sein. Ich bin nicht mega mit ihrer Vita befasst. Aber auf jeden Fall, die Bedingungen auf dem Schiff sind fucking horrible. Das ist schwierig. Aber, hast du es mitbekommen, jetzt ab 1. April kann man ja dann kiffen in Deutschland legal. Und dann wird das sicher alles viel besser. Das habe ich jetzt heute in den Nachrichten gesehen. Ab dem 1. April kann man offiziell kiffen. Ist das so? Das schmeckt nach wie in Amsterdam. Du darfst irgendwie, es sind so mega komische Regeln, du darfst 25 Gramm mitführen auf der Strasse. Die Heime darfst 50 Gramm haben und 3 Hanf pflanzen. So rum. Wie gross die denn wäre, das ist egal. Keine Ahnung, da habe ich mich nicht mehr beschäftigt. Also ich greife eh nicht, das wäre jetzt für mich auch kein Grund zum auf Deutsch. Aber ich frage mich dann, weißt du, ob es zum Beispiel, wie das dann ist an der Grenze. Also wenn jetzt das zum Beispiel, da gibt es so ein paar Grenzkäffer, wenn du bei Eglisau dort mit dem Velo noch ein bisschen weiter fährst, dann bist du in Jestetten oder Lottstetten. Ob du dann dort in der ersten besten Skischa-Bar direkt mal einen Spliff gehen rauchen kannst. Ja, ich nehme es an. Ich meine, das ist ja früher auch so gewesen mit Holland. Das sind die, die in Aachen gewohnt haben. Die haben ja schnell irgendwie übergefahren. Ja, zum Rauchen. Auf Maastricht und so. Ja. Ich glaube schon, dass das dann möglich ist. Ich finde es lustig, weil ich weiss noch, wo in Kalifornien es legalisiert worden ist, obwohl in Kalifornien eh schon alle die ganze Zeit gekifft haben. Richtig. Dann ist es einfach komplett ausgeaufert. Also weißt du, danach hat er irgendwie so im Souvenir-Shop hat er auf einen bedient, der nicht mehr zu seinen Augen auszuschauen konnte. Ja. Du hast gesagt, du hast mein Reto Geld noch nicht gebt. Ja, aber wirklich. Ohne Scheisse, er hat irgendwie eine halbe Stunde gebraucht, bis er konnte die Tassen verrechnen auf der Kasse. Ja. Ich war mal in Australien so in einem Kifferdorf, das hat Nimbim geheissen. Oh mein Gott, dort bin ich auch gesehen. Ja, wirklich? Und haben die Leute gekifft bei euch. Also bei uns haben sie permanent versucht, ihr Gras zu verkaufen. Und es sind alles so Althippies gewesen. Ich würde sagen, so Mitte 60. Mit so einer Bandana in den Haaren. Und die haben dann dort hinter dem Bushing was will antreuen. Also Nimbim ist ja ganz ein, ganz ein schrecklicher Ort. Weil Nimbim ist, glaube ich, wirklich mal so in den 70ern als so kleine Kifferkommune. Ich bin jetzt vielleicht falsch mit der Jahreszahl, aber irgendwie sowas. Auf jeden Fall vor ein paar Jahrzehnten ist das so als kleine Kifferkommune hat sich das irgendwie so entwickelt. Und das ist ja für australische Verhältnisse auch schon recht im Landesinneren. Das ist eigentlich in der Wüste. Ja. Und dann sind das halt immer irgendwie so ein paar Dutzende Leute gesehen, die dort einfach so ihre Kommunen gehabt haben. Und dann hat sich irgendwann so ein Kifferfestival angefangen zu entwickeln, wo einmal im Jahr irgendwie alle da hingehen. Und dann hat sich das halt auch so kultiviert. Und dann hat es auf einmal diese komischen Souvenirshop gegeben und so. Und wo ich gewesen bin, 2015, hat sowieso ganz Australien ein massives Crystal Meth Problem gehabt. Aber ein massives. Bei ihnen hat es geheißen, wie haben sie es genannt, OIS. OIS. Ja. Also einfach ICE. Ja, oder? Ist für sie Crystal Meth gewesen. Dass sogar Werbungen gekommen sind. Im Kino. Im Kino, am Fernsehen. Es war ganz eine Schlimme. Es ist wirklich so, einer wird so auf so einer Tragi, auf so einem klassischen Spitalbett, so angebunden ist er. Und macht so, wie so ein Zombie, wo sich irgendwie freimachen will. Und irgendwann kann er sich befreien und danach kickt er irgendwie eine Krankenschwester weg, verprügelt irgendeinen Arzt so, zerstört das ganze Krankenhaus. Und dann kommt er einfach so black und dann sagt er so, OIS IS NOT GOOD FOR YOU. Und dann kommt irgendeine Webseite für Government of Blablabla, Drug Abuse und so. Ja, die hat aber auch ein paar mega krasse Werbungen gehabt für Sonnencreme oder beziehungsweise gegen Hautkrebs. Wo du so irgendeine Mutter siehst, die dann so ausfadet. Also weißt du, so ihre Dinge. Und dann ist plötzlich, ja, jetzt müssen deine Kinder alleine aufwachsen. Hättest du mal gescheitere Sonnencreme aufgetragen. Das ist super krass. Das ist nicht mehr viel zu derb. Aber man muss halt. Also, und wo das Crystal Meth Problem gewesen ist, habe ich dann schon mir sagen lassen, dass ich jetzt vor allem nicht mehr bin, sei jetzt abgesehen von diesem Festival, sei es nicht mehr so eine herzige Kieferstadt, sondern sei recht schlimm. So, und dann sind wir aber in einer Gruppe gesehen, was sind wir gesehen? Fünf Leute, glaube ich. Und irgendjemand hat so ein abgefucktes Auto gehabt und gefunden, ja, wir wollen Nimmbingo anschauen. Kommst du mit? Und ich so, okay, weißt du, beim Hostel. Gut, dann fahren wir irgendwie da hin und dann fahren wir ins Innern, also wirklich so quasi die Einfahrt zu diesem Dörfli. Und ich schaue so aus dem Auto und ich denke so, ah, oi, das ist ja eine mega alte Frau, weißt du, wo irgendwie so auf so einem Strassenrand steht. Und dann kommen wir mit dem Auto näher und dann merke ich, nein, die ist nicht alt, die ist vielleicht Anfang 20 oder so, aber einfach schon körperliche Zerfall vom ganzen Zeugs, wo sie sich irgendwie reingepfiffen hat. Und die hat mich dann noch so angestarrt, weil wir so vorbeifahren und da habe ich mich schon so unwohl gefühlt. Und ich so, hey, mega toll, dass wir jetzt zu fünf da sind, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich will nicht länger als 15 Minuten da bleiben. Und alle so, wir verstehen es. Und dann sind wir wirklich den Hauptweg, sind wir einfach einmal schnell daraus gelaufen, sind glaube ich in einen Souvenirshop. Da hast du einen Traumfänger gekauft, da bist du wieder gegangen. Genau, haben wir so eine ganz, ganz kleine Pfeife, so eine ganz kleine Glaspfeife habe ich gekauft. Noch einen Schlüsselanhänger mit sieben Farben. Nein, und dann haben wir uns sehr, sehr schnell wieder verpisst von dort, weil es ist keine gute Stimmung gewesen. Wir sind eben auch völlig enttäuscht gewesen von dem Nimbim und ich glaube, du fährst irgendwie eineinhalb Stunden raus, durch die Wüste, bis du in den Dörp bist oder so. Also wir sind von Byron Bay aus, was ja an sich ja schon ein Kiffer-Stadt ist. Ja, aber zumindest noch posch und ein bisschen schön. Jojo, also posch nicht. Posch ist ja dann Surfer's Paradise und der ganze Scheiss, der Gold Coast. Ja, aber Byron Bay ist doch so eine Mischung. Byron Bay ist doch so ein Surfer und alle sind entspannt. Ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, das ist so eine Mischung aus Malibu und so Kiffer-Städtchen. Wirklich? Ja, also ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben so eine vierhändige Massage und so und es hat ordentlich Geld gekostet. Von einem Mensch. Von einem Mensch, genau. Ist es noch mit den Füssen, hat sie es gemacht. Nein, aber mir ist das irgendwie als posch und teure in Erinnerung geblieben. Wirklich? Ich habe das Gegenteil empfunden. Aber ich bin halt wirklich auch erst danach, nach Byron Bay bin ich dann an die Gold Coast. Bist du dort mal in dem Hotel Versace gewesen, wo einmal die ganzen Dschungelcamper absteigen? Nein, dort bin ich dann nur einen Tag gewesen, weil wir sind aus dem Greyhound ausgestiegen und als erstes sahst du so eine Hammer-Stretch-Limousine und dann denkst du so, ah, da bin ich jetzt wirklich falsch. Ich war ja mit zwei Kollegen da gewesen und ich habe sie dann noch gezwungen, mit mir in so einen Vergnügungspark zu gehen. Es hat sie mega angeschissen. Ich weiss gar nicht, Dreamworld oder so heisst der und es ist wirklich, es ist quasi eine Mischung aus Gonyland und Europa-Park. Also es ist u-schlecht, du musst für alles ewig anstehen und der Fraß ist beschissen und nur schon vom Parkplatz, wo wir parkiert haben, bis zum Eingang bist du irgendwie Viertelstunde gelaufen oder so. Wirklich? Nur Australien? Nur Australien, wir haben ein Auto gemietet, sind das abgefahren. Ah, den einen kennst du gerade, den Lukas. Ja. Ja, genau. Und wir sind dann, der einen ist dann früher nach Hause, der Lukas und ich sind noch dort geblieben für Weihnachten, Neujahr. Und dann ist er weitergeflogen, er hat dort ein Sabbatical gehabt, von Neut Schaffe. Und dann ist er auf die Bali geflogen? Nein, dann hat er Südamerika gemacht. Ah, okay. Und ich bin wieder... Ist ja gerade um eine Ecke. Ja, natürlich, ist doch egal. Wenn man es hat, dann hat man es. Und ich, so dumm, das räumt mich bis heute. Ich habe ja den Fehler gemacht und ich hatte den Rückflug am 1. Januar und ich bin so dumm. Ich habe für die Nacht vom 31. Januar noch ein Hotel gehabt und der Rückflug war am Morgen um 7 Uhr. Wie dumm kann man sein? Den hättest du einfach durchmachen können. Ja, logisch. Ja, in Nord Sydney, wo du eh nicht mehr hinkommst, weil die Brücke nachher verstopft ist. Das ist alles so dumm gewesen. Und vor allem, das ist die teuerste Nacht, die ja dann die Neujahrsnacht. Ja, logisch, kostet ja auch ein Gewehr. Ja, kostet das Gewehr. Darum haben wir Nord Sydney genommen, weil es billiger gewesen ist. Und das ist so wie, keine Ahnung, wenn du in Zürich wirst in den Ausgang, aber nachher am Abend musst du auf Baden fahren oder so, um zu einem Hotel zu kommen. Naja, man lernt. Weil in Berlin, in Berlin, habe ich jetzt gehört, die Touristen dort, die buchen sich gar kein Hotel mehr. Sondern? Sondern die landen am Freitag. Und dann gehen sie mal in den Club und irgendwie am Dienstag fliegen sie zurück. Oh Gott, das könnte ich nicht. Und dann pennst du halt vielleicht auch mal auf der Brücke vom Ostbahnhof oder so, weil du jetzt gerade nicht mehr magst. Genau. Aber Hotels waren eigentlich nicht gut. Die ganze Kiefer bewegt sich, die ganze 72 Stunden. Der Körper bewegt sich schon. Du liegst auch dort, aber der Körper ist immer ein bisschen aktiv. Ja, aber will man das? Nein, super. Weil, kennst du Clusi? Ja, das ist die... Meine Hobbys sind irgendwas um blickdichte Blusen. Das ist ihr Opener. Sie ist so eine Berliner Urgestein-Comedian. Wo ihr verschiedene Rollen schlägt. Genau. Und ich habe wirklich, als ich das erste Mal in Berlin gespielt habe, habe ich mal mit ihr gespielt. Und jetzt irgendwie zum ersten Mal seit sieben Jahren haben wir uns wieder gesehen. Und dann hat sie mir irgendwie... Habe ich ihr ihr gesagt, du hast mir mal geholfen bei einem Joke. Und sie so, ah, tatsächlich. Lalalala. Wie sie mir gesagt hat, wie Berliner halt wirklich schwarzen. Weil ich irgendwie gesagt habe, Arschloch. Und dann hat sie gesagt, nee, nee. Du musst irgendwie Foto sagen. Vor allem, wenn sie mir das sagen. Sie sind sehr lustig. Und ich so, okay. Und danach reden wir so. Und dann sagt sie, ja, schlimm, ne? Weg dem. Und ich so, wieso? Dann erzählt sie mir, dass in der Ringbahn, dort würde sie jetzt anscheinend in der fucking U-Bahn, würde sie jetzt auch Crack rauchen. Uh. Ja. Das freut sie mega. Weil sie irgendwie, jeden Tag nimmt sie die Bahn und jeden Tag hockt irgendeiner drin. Oh Gott. Und zündet sich ein Crackpick. Berlin ist komplett am Verruhen. Das ist wirklich. Das ist so schlimm. Aber sorry, wie lange bist du in Australien gewesen? Alles in allem? Ähm, alles in allem. Also das Umge-Reise war, glaube ich, einen Monat. Ja. Den ganzen Dezember. Und zwar, ah, das ist damals gewesen. Ich habe Ferien aufgespart, weil ich dachte, ich könnte den Job. Äh. Also kennst du das? Und dann denkst du, geil, die nehme ich alle am Schluss. Weißt du, dann muss ich quasi im Monat weniger arbeiten. Ach so. Und mein Ziel war es, an die Uni zu gehen, aber ich hatte die Aufnahmeprüfung nicht bestanden. Und dann habe ich gewusst, fuck, jetzt bin ich halt nochmal ein Jahr an dem Job. Oder bei dem Job. Und dann haben die irgendwann gesagt, ja, also du hast im Fall, also jetzt ist Oktober, du hast noch keine Ferien eingegeben für das Jahr. Die kannst du im Fall nicht alle rübernehmen. Geht die verfallen. Die musst du noch nehmen. Und dann habe ich eben vier Wochen im Dezember genommen und dann bin ich dort rumreisen. Und nachher bin ich ja regelmässig auf Australien über... Was? Ja, Fernbeziehung. Die fernste von den Fernen. Was? Ja, warte mal, wie lange? Fünf Jahre oder so. Und darum würde ich behaupten, kenne ich Australien relativ gut. Nein, dann bist du immer wieder auf Australien. Ja, auf Sydney. Ja. Und, äh, okay. Ja. Also jetzt bin ich etwas baff. Ah, wirklich? Ja. Das, da habe ich das mal gewusst. Nein. Ja, eben. Das ist, da haben wir uns noch gar nicht gekannt. Nein, das ist mal klar. Ja. Aber du hast mir auch nie erzählt. Nein, das ist vor dem Studium gewesen. Nein. Doch, ich habe dir das mal erzählt, wo wir mal, ähm, Sachen durchgegangen sind, wo ich auf der Bühne kündigte. Das überlege ich mir jetzt aber gerade. Genau. Wo wir im Büro gesessen sind. Das ist, äh, The One That Got Away, wo ich gesagt habe, eigentlich, das ist eine super Beziehung gewesen, es hat halt einfach nicht funktioniert wegen der Ferne, aber ansonsten wäre das eigentlich alles sehr gut gewesen. Aber was ich glaube nicht gecheckt habe, ist, dass du immer wieder auf Australien geflogen bist. Ja, aber anders ist es schwierig gewesen. Ja, ich habe gedacht, der hat einfach immer, der hat einfach immer, ich habe es versucht mit der S5, aber irgendwie nie bis auf Sydney geschaffen. Ach du Scheiße. Also teilweise haben wir uns in der Mitte getroffen, Hongkong oder so, aber, ähm, die Mitte, ja. Aber, ja, in der Regel Australien, oder eher hierher gekommen. Genau, und dann hat er noch versucht, da einen Job zu bekommen, aber ist halt schwierig für einen Australier. Aber es hat zweimal geklappt für Vorstellungsgespräche, wo sie dann eingeflogen haben, Business, wo ich nur schon gedacht habe, krass, also was für einen Status musst du haben, dass eine Firma in der Schweiz sagt, ja, Isi, dann fliegen wir jetzt mal an Business für ein Vorstellungsgespräch. Das ist krass, oder? Das ist krass, oder? Das ist krass, oder? Du kannst dir die alten Dinge anschauen, da gibt es eigentlich ein Quartier, wo quasi die ersten Siedler angekommen sind, also Siedler waren ja Gefangene, die man dort abgeladen hat. Und was halt krass ist, du merkst, dass in der ganzen Stadtentwicklung, haben sie halt alles, was es irgendeinem schon gegeben hat, was sie gut gefunden haben, haben sie gefunden, machen wir jetzt auch. Sie haben einen Park wie in London, sie haben irgendwie eine Innenstadt wie in New York, der Strand ist halt eh schon oben, was ja auch perfekt ist, so, und du merkst, es ist super neu, alles, weil, ja, so hat es früher eine Stadt nicht gebaut, oder? Das heisst, du hast so ein bisschen das Gefühl, du fasst so eine Zukunftsstadt, so meiner Meinung nach. Bist du mal dort am, ich glaube, wie nennt sich das, Key, Circle Key, Harbors Key, keine Ahnung, wo die ganzen Strassenkünstler sind, das ist so in der Nähe vom Opernhut. Ja, ja, logisch, da bin ich ein paar Mal gesehen. Das ist so geil im Fall, es gibt so einen Mann, das gibt es wahrscheinlich immer noch, ich mache das ja Jahrzehnte, der jongliert mit einer Motorsaggie auf einem BMX-Velo, wo auf so einer Stange aufmontiert ist, also das heisst, er ist etwa vier Meter in der Luft und jongliert mit einer Motorsaggie, während Leute rundherum müssen so ein Seilheben, damit die Stange nicht gekippt. Ja. Und er hat das wirklich so optimiert, so das Adrenalin, und er spielt natürlich mit dem, dass das jederzeit in die Hose gehen könnte und sagt dann auch so, ich weiss, ich bleibe nur da, weil ihr wollt, wenn ich sehe, wie ich in die Motorsaggie greife und so. Und das ist eben auch noch clever, mit den vier, die das halten müssen, weisst du, die können dann wie nicht weg. Ja. Das Problem ist, als Strassenkünstler, die Leute verpissen sich ja, sobald sie merken, jetzt geht es ums Zahlen. Ja. Und er hat das wirklich so optimiert, er hat auch noch einen kleinherzigen Hund und so. Ja, aber ich meine, das habe ich mal in Edinburgh gesehen, wo das Fringe gewesen ist, habe ich irgendeinen Strassenkünstler gesehen, der hat so Fakir-mässiges Zeugs gemacht, gell. Und natürlich baut er, die letzte halbe Stunde baut er seinen letzten Trick auf. Es geht eine halbe Stunde, bis er das macht. Und er hat wirklich so, jetzt mache ich dann gerade das Ding, oder? Aber bevor ich es mache, so, irgendwie nochmal etwas. Und ich muss noch dazu sagen, er hat einen riesen Monolog gehalten, wie Sirk du Soleil hätte mich brauchen wollen. Oh. Und ich habe gesagt, nein. Nein. Weil ich will nicht, dass Menschen mir 150 Dollar zahlen müssen, um mich zu sehen. Ja. Lieber mache ich das auf der Strasse. Für 50 Dollar. Genau. Und darum, ihr wisst, wie es ist, 10 wäre okay, 20 wäre noch besser, 50 wäre Bombe. Weißt du so, oder? Weil einfach mit den 150 tut ihr ja schon eine Range einfach mal nennen. Ja. Höch ankern. Genau. Und das alles macht er wirklich vor diesem Trick. Und nachher ist der Trick dann ganz schnell. Und schon ist er mit dem Hut vor dir. Ja. Also du kannst eigentlich dann schon nicht mehr abhauen. Weil wenn du die halbe Stunde gewartet hast, bis er den letzten Trick macht, dann kannst du nicht mehr abbrennen. Und alle stehen dann so ein bisschen peinlich bei ihr hier, weil sie wissen, also jetzt gerade. Vor allem der First Circle, oder? Die hinten dran, die können sich dann vielleicht noch verpissen. Und ich habe gefunden, dass dieser Monolog so gut gesehen hat. Weißt du mir was gegeben? Ja, natürlich. Mir hat noch eine gesehen, die hat sich in so eine ganz kleine Plexiglasbox hineinzwängt. So eine Contoso-Nistin. Aber es ist so geil gewesen, wie sie alles kommentiert hat. Und die hat halt wirklich Jokes gehabt. Weißt du, während sie dort in das Ding hineinklettert. Und am Schluss hat nur noch ein so ein Bein rausgeschaut, wo sie noch musste. Und du hast gedacht, wie bringt sie das jetzt noch in die Box hinein? Ja. Und dann ihre Joke war, es gibt auch einen, den ihr wünscht sich. Ich will die Heather Mills. Wo ja die Ex-Frau von Paul McCartney ist so ein Model und die hat nur ein Bein gehabt. Ah. Also es ist wirklich die perfekte Show gewesen. Und einer hat sich durch einen Tennis-Schläger durchgezwängt. Er konnte so die Schultern auskugeln und so. Weißt du, dass es dann durchgegangen ist. So absurd im Fall. Also du kannst richtig Geld zu schauen. Und natürlich einen alkoholkranken Aborigine, der dort auf dem Didgeridoo gespielt hat. Muss es auch sein. Ja, einen hast du immer. Aber das ist krass. Und die haben wirklich, ja, die sind halt wirklich dort so ein wenig in den Alkoholismus abgestürzt. Also es ist ganz übel. Wie sie, wie sie die einfach so quasi ja eigentlich fast schon, fast schon verwiesen haben. Von allen, von allen Stadtzentren. Und dann nachher gefunden haben, es ist ein Problem mit denen. Weißt du, jetzt sind alle drogensüchtig und alkoholabhängig und so. Und dick. Das kommt noch dazu. Irgendwie so, die können ja nicht mit dem westlichen Food, mit dem High Process. Aber sie haben sie ja eigentlich, sie haben sie ja eigentlich zu dem gebrochen. Ja, natürlich. Also weißt du, das ist so. Sehr, sehr grussiges Zweisschneidungsschwert. Ich habe einfach einen entdeckt. Jetzt weiss ich nicht, wie der heisst. Können wir das irgendwie nachreichen? Oder du kannst schauen, ob du den findest auf YouTube. Das ist so ein Magier aus Deutschland. Und er macht mega geile Videos. Er verratet nicht Tricks. Also wenn es ganz schlecht sind, verratet er, wie es geht. Aber es ist mehr so, er klärt auf über die Hintergründe von Zauberern und Zauber-Shows. Und er hat so ein mega Ding gemacht über den Next Uri Geller. Ich weiss nicht, kennst du die Show noch? Ja. Das ist so geil. Und das ist ja der Vincent Raven. Vincent Corax. Der war ja dort. Und dem haben sie zum Beispiel, das habe ich gar nicht mehr gewusst, und dann haben sie immer so einen Stimmfilter draufgelegt, wenn er geredet hat. Das ist so das Gruftige, so das Tiefen. Und das ist einfach so geil, der Typ, der das dort aufklärt, der erzählt, das war ja ein Konzept gewesen, die Uri Geller Show, die man schon vorher in fünf anderen Ländern gemacht hat. Das habe ich gar nicht gewusst. Also das hat es schon gegeben in Amerika, in Israel. In Amerika war es mit Chris Angel. Und anscheinend dann, als man es in Deutschland gemacht hat, hat ProSieben darauf beharrt, dass die Leute nicht sagen, wir sind selber Künstler, sondern sie müssen sagen, sie haben spezielle Fähigkeiten. Und sie haben das schon von Geburt an gehabt. Und schon als Kind bin ich in der Küche gestanden, und ich wusste, was meine Mutter denkt und so. Und ich wusste, was es zum Mittag geht. Voll gaga. Und... Yes, der ist es. Matthias Berger, der ist so geil im Fahrrad. Ich bin bei dem etwa eine Stunde lang auf dem Kanal gesehen, einfach diverse Videos geschaut. Das Uri Geller ist so schlecht gehalten. Und dann wird eben wirklich gezeigt, wie die... Ist das der Chris Angel? Das ist der Chris Angel, ja. Ja, der Chris Angel, das ist so geil, da hat er den Uri Geller voll auflaufen lassen, bei dieser Dinge. Und zwar, ihn hat das ja angeschissen, dass er quasi Zauberkünstler weiss, dass das alles Tricks sind und muss nicht so tun, als ob die Leute spezielle Fähigkeiten hätten. Und dann hat er, und das ist anscheinend nicht abgesprochen mit dem Fernsehteam in den USA, hat er so einen Umschlag gehabt. Er hat gesagt, er bietet jedem in dieser Show 1 Million Dollar, wenn er sagen kann, was er in diesem Umschlag, was er draufgeschrieben hat auf ein Zettel. Und die Woche darauf hat dann Uri Geller versucht, das zu sagen, und er hat es nicht gewusst. Und es ist dann ein Ding draufgestanden, 9-11, weil irgendwie gerade... Toll. Genau. Ja, deep deep. Aber das ist einfach wirklich lustig, wie die Leute dort sich verkaufen müssen. Und das sind ja dann Hundskommunie-Bühnen-Tricks, die du im Internet kaufen kannst, mit irgendeiner Anleitung oder so. Und geil ist zum Beispiel, sie haben dann wie so... Also, man hat immer gesagt, es sei eine Live-Show. Das hat man wirklich extrem oft darauf hingewiesen, aber es hat dann auf einmal Schnittfehler. Und auch... Dann ist zum Beispiel so ein Model dort gewesen, von Jeremy's Next Topmodel, wo es ja dann immer so die quasi Zauberpartinnen hatte, oder Assistentinnen, Assistentinnen, die irgendwas haben im Trick machen müssen. Und dort ist es darum gegangen, dass der Vincent Raven, glaube ich, irgendwas verzapft hat. Der hat Kontakt aufnehmen zu einer verstorbenen Person, die die gekannt hat. Mit dem Rab, ja. Mit dem Rab, genau. Und dann hat aber der Kameramann zu früh reingezoomt, weil abgesprochen wurde, dass die anfangen zu brüllen. Und du siehst, wie er reingezoomt, auf die Augen und die Träne kommt, und dann zoomt er nochmal zurück und wartet ein bisschen. Und als der Träne kommt, macht er so einen Reisszoom und zoomt wieder rein. Also es war wirklich alles durchorchestriert gewesen. So lustig. Ich finde ja... Ich finde ja persönlich nichts lustiger, als ZauberkünstlerInnen. Hauptsächlich tut es, aber... Viele, ja. Wo etwas schief geht. Aha, da gibt es natürlich Compilations auf YouTube ohne Ende. Klar, der Klassiker... Der Messer oder Nageltrick. Der Klassiker ist der bei der Morgensshow, oder was das immer ist, wo wirklich den falschen Becher runterhaut mit dem Nagel drin. Ja. Aber ich finde eigentlich so, die Feinen finde ich fast lustiger. Ein Kollege von mir, den du auch kennst, war mal eine Show. Der Zauberer hat behauptet, er hatte so eine Kuckucksuhr. Und da hat er so behauptet, das sei... schon von seinem Urgrossvater sei es ein Erbstück. Über Generation zu Generation sei die Kuckucksuhr im Wettergegen worden. Und ein hat sie jetzt. Und irgendwie kann auch irgendwas mit dem Jenseits, glaube ich, die Kontakt aufnehmen. Kuckuck! Kuckuck! Die Ausmutter ist tot! Kuckuck! Schon immer tot! Irgendwie redet er dann mit jemandem vom Publikum und der Beweis ist, dass das irgendwie matcht, so ist irgendwie, dass dann die Person aus dem Publikum eine Zeit muss sagen. Weißt du? wo irgendwie etwas mit den Grosseltern zu tun gehabt hat. Weißt du? Irgendwie so in dem Still. Wo halt nicht mehr da sind. Und dann heisst es irgendwie, sagen wir, die Zeit ist gesehen 20 ab 1, oder? Und er so, okay. Dann nimmt er so ein Tiefli und macht das Tiefli so über die Kuckucksuhr. Und dann sagt er, sag noch mal Zeit, sag noch mal Zeit, wo du gesagt hast. 20 ab 1. Und er so, okay. Und dann macht er da irgendein Hokus-Pokus-Ding. Und dann nimmt er so demonstratives Tiefli weg, und hält so die Uhr, weißt du, zu den Leuten. Das heisst, er selber sieht gar nicht Zeit. Ja. Und die Zeit ist immer noch 12.00, weil der Techniker zu spät. und dann hat er es gedrückt. Oh nein! Und dann seht man sich die Augen bewegen. Oh nein! Aber dann hat er nicht mehr gewusst, das ist das Geilste an dem. Er ist immer noch in der Überzeugung, dass jetzt die richtige Zeit dort steht. Weisst du, er zeigt so ganz stolz die Kuckucksuhr und dann macht er so. Obwohl, du hättest schon sagen können, dass jetzt jemand aus dem Jenseits stellt jetzt die Schraube. Wenn du es gewusst hättest, dann kommst du nicht mehr raus. Dann kommst du nicht mehr raus. Ah, wie peinlich! Es gibt eine Szene von der nächsten Uri Geller. Der eine, der ist jetzt unterwegs als Motivationstrainer und macht immer noch so kleine Magie. Der heisst irgendwie Farid. Der Farid? Natürlich! Ich wollte gerade sagen, das ist der Einzige, der es irgendwie etwas länger geschafft hat. Nein, es haben einfach zwei, die sie sich haben können halten. Der eine ist jetzt so ein Verhandlungscoach. Natürlich! Wenn man verhandelt, und Jack Nasher heisst der. Damals hat er noch irgendwie anders geheissen. Das sind ja alles so die Künstlernamen. Und auf jeden Fall, Farid hat so einen Trick gemacht mit einer Nagelpistole. Weisst du, es hat fünf Nagelpistolen gehabt und bei fünf sind Nägel drin und bei einer nicht. Und am Schluss hat er natürlich viele die, wo der Nagel nicht drin ist. Und er hält dann so an den Arm hin, zum quasi jetzt, also falls er Pech hat, ist es die falsch und er jagt sich einen Nagel in den Arm. Und dann, bevor er abdrückt, nimmt er sie weg und hält sie an den Kopf und drückt ab. Und siehst du, wie der Uri Geller aus dem Stuhl aufspringt. Don't do it! Don't fire it! No, no, no! Kids are watching the show! Und du merkst, es ist so schlecht gehört. Wahrscheinlich hat er das in der Probe schon dreimal gemacht. Und vor allem auch die Reaktion kommt, viel zu spät. Es ist so gaga. Es ist so dumme Show gewesen. Es ist wirklich, ich habe sie sehr gerne angeschaut. Weisst du, was auch eine absolute, absolute Katastrophen-Show gewesen ist? Ähm, es war auch ProSieben. ProSieben hat eine Zeit lang wirklich ganz, ganz viel Schrott gemacht. Die Alm. Die Alm, ja, genau. Aber das ist mir dann schon zu trashy. Sondern, die hat geheissen Comeback. Ah, die Moderatorin von Arabella! Ja. Ja, habe ich auch geschaut. Weltklasse. Ich kann sogar noch sagen, wer da war und wer unten hat. Das Konzept, man muss es ja schon noch schnell erklären, das Konzept war, es war eine Casting-Show, ist ja dort gerade der Shit gewesen. Die Esthäs ist gelaufen wie blöd und all das Zeugs. Popstars. Genau. Und dann haben sie gefunden, sie machen jetzt wie eine Casting-Show, einfach mit Stars, die nicht mehr so aktuell sind. Also ehemalige One-Hit-Wonders. Ja. Und ich kann mich vor allem erinnern an Coolio. Coolio. Und Hathaway. Hathaway. Und der Hathaway hat es gewonnen. Der Hathaway hat es gewonnen. Inzwischen dabei war Emilia, Big Big World. Ähm. Ah. Big Big Girl. Ja, genau. Das dümmste Lied. Als Kind habe ich schon gefunden, es ist ein Kinderlied. Also die war dabei, dann irgendein österreichischer Dude mit einem englischen Namen, der in den 80ern zwei Hits hatte. Unter anderem da der Song zu irgendwelchen Geschichten. Warte jetzt, ja, irgendeiner, aber noch recht bekannt. Ist es nicht irgendwie, ich würde fast behaupten, der Chris Norman oder irgend sowas? Chris Norman, ja. Yes. Der auch. Chris Norman hat jetzt die Sylvester-Show am Brandenburger Tor gesungen. Oh geil. Und der sieht so schlimm aus mittlerweile. Benjamin, CC Catch, genau. Benjamin Beuys. Benjamin Beuys. Ah, Markus. Das ist der, ich gebe Gas, ich gebe Gas, noch wie Deutsche Welle. Aber es ist noch irgendein anderer gewesen, wo, vielleicht hat es mehrere Staffeln gegeben, oder so. Jürgen Drews und Gunther Gabriel, sind auch noch dabei gewesen. Jazzy von Tic-Tac-Toe. Ja. Ja also, und auf jeden Fall, ich weiss noch eine Folge. wo der Coolio einem Wasser ins Gesicht gelehrt hat. Und der Jury ist gesehen. Ja. Chris Uwe Farrenkrog, oder so. Der Manager von der Nena, damals. Manager, so ein Blondierter. Und ich glaube, er hat ihr gesagt, 99 ist irgendwie die Zahl für Luftballons. Also auf jeden Fall hat sich irgendwie Credit gegeben für das. Ach so, ja. So, und danach hat Coolio irgendeine Kreuz-Performance hingelegt. Ja, er konnte ja nichts rausrappen. Aber das nicht mal gut. Und dann hat er gesagt, Heger hat es nicht so gut gefunden, da haben sie immer Punkte gegeben. Und er hat ihm irgendwie fünf Punkte gegeben. Oder irgend sowas. Und der Coolio ist hasse geworden. Und er ist also zu ihm gelaufen und hat sie Wasserglas genommen und hat ihm das so ins Gesicht geschüttet. Richtig, ja. Und alle sind schockiert. Und irgendwie ist sie still und man weiss nicht was machen. Und Arabella kann sie irgendwie auch nicht wegmoderieren. Und danach haben sie wie so ein Reset gemacht. Und danach hat es so kein Rückgrat, der Typ. Dann sagt der Jury Dude, ja, also jetzt nach der Aktion fand ich richtig cool. 10 Punkte. Weil er Angst gehabt hat. Wirklich? Das weiss ich nicht mehr. Aber ich weiss nicht, dass er ihm dort was wie das Gesicht gegeben hat. Doch, nachher hat er ihm 10 Punkte gegeben. Oder 9. Er hat dann seine Punktzahl revidiert. Hey, ich habe einfach jetzt etwas gesehen, wo du Arabella sagst. Und ich weiss nicht, was das ist. Und zwar habe ich geschaut, wer steilt mir die Show. Und wenn dort jemand ausscheidet, dann müsste ich durch so ein Tunnel laufen. Mhm. Also du kennst die Sendung, die Quizshow. Und dann... Vom Joko. Richtig. Dann gibt es so einen Freeze-Moment und so, als hättest du eine Bildstörung. Und dann wird so in die Regie geschaltet und dann zeigen sie eine alte Folge von Arabella. Mhm. Wo Arabella, also die Nachmittagstagshow mit den Kiesbauer. Aber es sind wie Comedy-Clips. Und ich weiss nicht, ob sie neu abgedreht haben oder ob das wirklich damals bei Arabella so gelaufen ist. Ich kann mir das nicht vorstellen. Dann ist so eine junge Frau dort und das Thema ist irgendwie IQ-Unterschied. Und Arabella nimmt sie so hoch, dass sie quasi dümmer ist als ihr Partner und dann zoomt die Kamera auf und ihre Partner so eine Zimmerpflanze. Das kann nicht sein, dass das ernsthaft gelaufen ist, oder? Das glaube ich auch nicht, nein. Aber dann haben sie die Arabella quasi aus Österreich. Die sieht noch genau gleich aus. Weisst du, es ist auch so 4 zu 3 Format. Das ist wahrscheinlich... Aber dann haben sie quasi Fake-Clips jetzt nochmal mit der Arabella gedreht. Ja, weil sie machen ja jedes Mal, wenn jemand ausscheidet. Für jede Staffel ist so ein Motto. Ah! Und es ist immer recht geil. Und ich glaube, bei der letzten Staffel ist es immer gesehen, also die Message ist ja immer, wie dumm die Leute sind, weil sie ja ausgeschädigt sind. Ja. Und bei der letzten ist es gesehen, dass du so ein posch Paarli, so ein älteres Paarli, der zusammen Fernsehen schaut. Und dann kommen immer die dümmsten Werbungen. Ah! Das habe ich nicht geschafft, dass das ein Konzept ist, aber dann sind das neutreite Einspieler mit der Arabella. Und zum Beispiel beim Schweighöfer haben sie einmal gemacht, dass die Werbung ist, wie er auch eine Masterclass macht, weil man richtig dumm ist. Es gibt jetzt Masterclass, das deutsche Pendant habe ich gesehen. Das heisst, Meet Your Master. Zum Beispiel die Anke Engelke bringt dir Comedy bei. Ah wirklich? Es sind so schön produzierte Videos. Also ich habe den Trailer geschaut, mega schön ausgeleuchtet, mega geile Schärfefahrten und so. Aber sorry, also klar, die Anke Engelke ist lustig und so, aber die muss dir jetzt nicht Comedy beibringen. Es ist einfach eine Moderatorin, die einen Sinn hat für Humor. Ja, aber weisst du, also ich meine, ich habe ja zum Beispiel... Ja, schau da! Schau mal, wie schön, dass das gefilmt ist. Lernen Schlagfertigkeit, das verstand ich ja noch. Ja, ja, aber das wird jetzt quasi... Und natürlich wird der Dude... Der Heiner Lauterbach ist auch noch, der bringt, glaube ich, Schauspiel bei dir. Natürlich wird der Dude mit den langen Haaren dir erklären, wie man ein Startup gründet. Ja. Verstehe deinen Körper besser. Aber im Fall wirklich, das ist so schön gefilmt. Und ich habe mal Masterclass gehabt, quasi das Ami-Original. Und das ist halt alles so... Es kratzt super an der Oberfläche. Also da kannst du jetzt alles schauen und du weisst nachher nicht wirklich mehr. Ich wollte gerade sagen... Es ist lieber ein Buch. Ich hatte Steve Martin, Masterclass, habe ich geschaut. Und die habe ich nach der Hälfte aufgegeben. Und das ist wirklich eine Anekdote, die er auch in seinem Buch geschrieben hat. Ja. In der Kamera. Aber mit schöner Schärfevater. Und schön ausgeleuchtet und so. Es gibt noch ein Englisches, das ich glaube BBC mitproduziert hat. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, ich weiss nicht, ob BBC mit etwas zu tun hat. Aber es gibt auch Englische. Und einen meiner Lieblingsköche, Marco Pierre White. Das ist der, das ist der, bei ihm hat der Gordon Ramsay gelehrt. Okay. Und früher war der voll insane. Und ein riesen Arschloch, mit dem ich glaube, sehr, sehr schwierig konnte zusammenarbeiten. Und jetzt ist er so super altersmild. Also weisst du, online sagen die Leute immer so, er wirkt wie so ein Vietnam-Veteran. Weisst du jetzt so. Er hat immer noch so ein bisschen Autorität, spürbar. Aber er ist halt oft altersmild. Und mit ihm haben sie auch so eine Masterclass gemacht. Und das ist das absolute Gegenteil von jeder Masterclass, die du jemals gesehen hast. Weil bei den anderen ist so, eben viel schnelle Schnitt und irgendwie möglichst viele Infos. Und bei ihm geht es dann einfach irgendwie zehn Minuten, wenn er ein Gericht macht. Und es hat keine Schnitt. Das heisst, er tut dann wirklich, manchmal ist es so 30 Sekunden, wenn er einfach so ganz langsam etwas rührt. Ja. Slow-TV. Voll. Es ist so geil. Und dann erklärt er immer wieder mal so, question what you're doing and why you're doing it. Weisst du, da sind immer so kleine Lebensweisheiten dazwischen, wo überhaupt nichts mit dem Kochen zu werden. Aber ich freue mich einfach bei dem Gordon Ramsay. Das ist der von Hell's Kitchen, oder? Riesenfan. Ich kann dir alles sagen. Das ist ja quasi... Die Arschloch-Persönlichkeit, das ist ja nicht er in echt. Nein! Das ist einfach für das Fernsehen, gedrillt das Clio. Und es ist ja nicht mal dann wirklich eine Arschloch-Persönlichkeit, muss ich sagen. Mein Freund hat gesagt, es gäbe eine Folge, wo er an einem Chinesen versucht zu zeigen, wie man Fried Rice macht. Und dann zeigt ihm der Chinesen so, nein, das ist komplett falsch, wie du es machst. Und nachher ist anscheinend der Fried Rice vom Chinesen viel besser. Ah, ja. Aber er hört sich ja ganz cool. Ist das so? Ja, ja. Ah, okay. Aber das ist dann meistens nicht Hell's Kitchen oder so. Ja, das klingt etwas anderes. Es gibt auch ein grossartiger Clip, wo er und seine Mutter, ich glaube beide, sie machen irgendeinen Auflauf oder eine Lasagne oder so was, oder? Und er verkackt es und seine Mutter macht es perfekt. Okay. So. Und in einem Interview sagt er auch mal, Kochen ist ja auch, dass man nicht immer alles perfekt hinkriegt und bla bla bla. Also er kann es dann auch zugeben, wenn es nicht geklappt hat. Ja, mittlerweile gibt es ja so einen Internet-Trend. Er hat mal ein Grilled Cheese Sandwich gemacht. Was ja wirklich per Definition etwas vom Einfachsten ist, was du machen kannst. Du nimmst fucking zwei Schieben Brot, du machst einen Käse dazwischen und danach haust du das Brot in die Pfanne und tust es halt eben in der Pfanne angrillieren, bis der Käse geschmolzen ist. Genau. Butter fertig. Und jetzt gibt ein Clip, der hat Millionen von Views, wo er irgendeine von seinen Travel Shows nicht zeigen, auf keinen Fall zeigen, sonst sind wir sofort weg. Ich bin gerade gesperrt. Ja, 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 ja. Weil der hat ganz viel, ganz viel. Was du kannst machen vielleicht, ist das Standbild am Schluss, wie es aussieht. Ganz am Schluss. Du siehst ja auch dort, wo die riesen Spike ist von den Views. Yes, da. Achtung. Zeig uns mal schnell das. Und wie du siehst, ist der Käse 0,0 geschmolzen. Also das Einzige, was... Stimmt, das ist nur ein richtiger Block dort drin. Das Einzige, was du müsstest machen. Schau, es hat fünf Millionen Views. Ja. So, und dann hat es natürlich so ein riesen Ding im Internet. Er kann alles, ausser das Einfachste auf der Welt und Züge und Sachen. Und jetzt hat er vor ein paar Wochen ein neues Video gemacht, wo er gefunden hat, jetzt mache ich euch das Green Cheese Set. Zeig euch das, ja. Und er hat es wieder verkackt. Und ich bin jetzt so, die ganze Zeit überlegen, er hat es wirklich extra wieder verkackt. Oder er hat es extra, quasi, um das Narrativ einfach noch weiter zu führen. Ja. Weil es einfach... Ich meine... Es schübt dann auch wieder PR, oder? Wenn du es wieder verkackst, einmal durch alle möglichen Internets fahren, wird es durchgeschickt. Und... Es ist dann auch das geile Narrativ. Er hat wieder ein Grilled Cheese Sandwich verkackt. Hast du seine Masterclass geschaut? Äh... Die... Die habe ich noch vor mir. Okay. Die habe ich noch vor mir. Aber... Janik hat mir... Wie heisst es? Meiner Kochschule oder so von ihm geschenkt. Ist das ein Video-Ding? Nein, es ist wirklich ein Buch. Ah, okay. Ich finde irgendwie... Video nachkochen ist ja voll beknackt. Also wenn... Ja, ein paar Sachen. Es sind schon easy Videos. Ja. Aber das kannst du nicht zeitgleich. Also musst du immer wieder stoppen und irgendwas machen. Nein, du musst halt einfach mal schauen. Mhm. Und dann fährst du mal an und dann gehst du für Details vielleicht nochmal schnell rein klicken. Okay. So. Aber ich verstand... Weisst du... Hure viele Kochbücher haben mich früher noch verwirrt. Wenn du mal ein bisschen kochen kannst, ist das einfacher. Aber wo ich wirklich noch gar nicht kochen konnte, dann habe ich... Wenn es nur geschrieben ist, habe ich gar keinen Anhaltspunkt. Dann heisst es irgendwie... ein bisschen köcheln lassen. Ja. Was heisst das? Also... Oder bis eine sämige Konsistenz erreicht ist. Meine ultimativen Kochschule. Und das Geil ist, du lernst wirklich einfach noch... Jesus, der sieht aus wie eine Rosine. Du... Er ist super schrumpelig. Er ist mega schrumpelig. Aber er ist schon seit 30 Jahren so schrumpelig. Und vor allem auch die gleiche Friesen seit 30 Jahren mit dem blonden Mäsch und so. Absolut. Ich bin riesen Fan von ihr. Ja. Ich bin riesen Fan. Und eben sein ehemaliger Chef, Marco Pierre White, das musst du mal geben. Das ist grosses Kino. Und da ist er wieder mal der komische Moment, wo der Podcast unterbrochen wird. Für den kleinen Hinweis, dass mein aktueller Solo Zero immer noch auf Tour ist, kauft Tickets und mein letzter Solo, Stand auf, ist gratis und in voller Länge auf YouTube zu sehen. Für alle Links, Video, wie auch Termine und Tickets, könnt ihr auf meine Webseite www.joel-von-mutzen-becher.ch Und jetzt geht es weiter mit der Folge. Ich habe jetzt überlegt, ob ich einem Freund meiner Mutter so einen, wie nennt man die, so wie so einen Thermomix, aber das gibt es jetzt auch von anderen Firmen, ob ich ihm das schenken soll. Ich habe nämlich so einen im Laden gesehen und haben sie mir alles vorgeführt, was das Ding machen kann. Schon recht geil, von WMF. Ja, 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 ja. Mega geil, aber es kostet irgendwie 800 Franken. Also, die Pascuali kennst du ja auch, oder? Ja, das sagt mir nicht der hat sowas. Nein, sondern, sein Vater ist Koch. Ja. Und, äh, und als dann Corona gewesen ist, hat er nicht dürfen gehen kochen, bla bla bla. Und danach hat er sich immer irgendwie gewünscht, und dann haben sie mir einen Thermomix geschenkt. Was ist ja eigentlich strafisch für ein... Falsch, falsch. Sorry. A KitchenAid. Das ist nicht dasselbe. A KitchenAid? Das ist einfach so eine Rührmaschine. Aber die hat, genau, aber die hat irgendwie 40 Zusätze, die du kannst kaufen. Ja, die sind mega viele, ja, ja. Und darum ist jetzt, äh, jedes Jahr schenken sie ihm auf irgendeinen Zusatz. Und dann hat er scheissfreude. Okay. Nein, Thermomix ist das, wo eigentlich das Rezept... Das heißt, jetzt quasi ein Rübel reinrühren und dann musst du das machen. Ja. Und der kocht... Eigentlich ein Thermomix ist perfekt für Leute, die wirklich nicht wissen, wie man kocht. Ja. Weil, ähm, du hast ja dann so eine Anzahl Rezepte, die mit dabei ist, und das funktioniert immer. Also kannst du fast nichts falsch machen. Aber, bei eigentlich fast jeder Sternenküche haben sie ja Thermomix noch irgendwo drin, gell? Ah ja. Weil es halt wirklich für verdammt viele Dinge dir hilft, irgendwie schnell etwas zu ermahlen oder schnell eben so eine Grundmischung zu machen von irgendeiner Soße, und so weiter und so fort. Also, es ist mittlerweile recht... Ich habe jetzt einen Reiskocher, und ich denke, das ist die nutzloseste Anschaffung aller Zeit. Also, es ist nicht meine, ich habe ihn verschenkt, aber er steht jetzt bei mir, und, ähm, es ist aber geil. Also, ein Reis aus dem Reiskocher ist viel besser, als wenn du ihn in irgendeiner Pfanne machst. Ja, das nehme ich auch. Aber es ist absurd, weil es ist ja im Grunde genommen einfach ein Gefäss, das erhitzt wird, und stellt dann ab, wenn er fertig ist. Also, weisst du, das ist ja eigentlich das Einzige, was du als Mensch als Mensch wenn es in der Pfanne machst, ist rechtzeitig abzustellen. Das ist die ganze Magie, aber es ist schon sehr krach. Aber ist der Reiskocher nicht noch, das funktioniert auch nicht noch mehr mit Dampf funktionieren? Ich weiss jetzt nicht, es ist glaube ich irgendwie Induktion und so, und dann, also, man tut es nachher noch warm behalten und so, aber es brennt nicht an, du hast nicht die komischen Folien rundherum, die du zwischendurch hast, weisst du so, die Stärke schmeißen und so. Mega geil, ich bin begeistert. Ja, ich sehe dich irgendwann auch mit einem Thermomix. Nein, das habe ich keinen Platz bei mir. Ach so. Ja. Weil ich kenne jemanden, der mal beim Caminada so eine Kochschule gemacht hat, macht irgendwie so einen Kurs. Das ist so eine Kollegin von meinen Eltern und die hat gesagt, das sind wirklich nur so 40- bis 60-jährige Frauen, die hauptsächlich auf der Caminada stehen. Aha. Die dort dann so eine Kochschule. Oh nein, kann nicht. Ja. Und sie sind für nichts gesehen, diese Stunde, weil er irgendwie, also für sie hat es nichts gebracht so, weil er eigentlich nur gezeigt hat, wie man das Zeug in Thermomix kann. und dann haben sie irgendwie so Honig-Nüsse gemacht. Ach das ist ja voll nutzlos. Weisst du, das frage ich mich immer. Aber ich will es noch einladen irgendwann. Und dann machst du mit dem Eierligeur. Ja ja genau. Voll dumm. Also mach halt etwas Geiles, aber nicht Eierligeur. Aber ich hätte das schon noch gerne als Gast. Darum finde ich, was Caminada macht und sicher auch seine Schule, ist mega geil. Gross, grossartiger Künstler. Ja. Weisst du, ich habe gestern gesehen in einer Bar, ich habe es jetzt gedacht, es ist ein Penis-Bumpi, weil ich habe es jetzt auch ausgesehen, weil das quasi in einem ehemaligen Pornokino ist die Bar. Aber die haben, ich weiss nicht, wie das Gerät heisst, das ist so eine grosse Glasglocke und die kannst du über etwas drüber stülpen und dann kannst du das, was dort drin ist, einen Cocktail kannst du dann smoken. Mhm. Mit irgendeinem Aroma. Kennst du das? Ja. Das ist ja voll geil. Das finde ich auch absolut nutzlos. Aber hast du schon mal was, ich habe es eben nicht ausprobiert, aber es sieht so geil aus. Und sie haben gesagt, ja nein, die Leute stellen das dann immer wieder, weil der Effekt auch so cool ist, wenn du das lupfst und so. Joa, aber weisst du, da sind wir dann so auch am Punkt, wie so eine Molekularküche und dieses Zeugs, oder? Mhm. Ich finde, es gibt einen Grund, warum du, keine Ahnung, was wollen wir jetzt sagen, Blumenkohl und vielleicht nicht als so Bubble, wie ein Bubble Tea solltest du essen. Konsumieren, ja. Ja. Und das Gleiche ist das ganze Smoke-Zeugs und ja, aber Molekulare ist eh durch, nicht? Es ist zum Glück wieder etwas weg. Ja. Aber da haben wir irgendwie die dummen, so eine Glibbeterine mit irgendwie sieben Geschmäckern und obendrauf dann eben so eine Bubble Tea Böllchen und dann hat es eben etwas geraucht. Ja, und dann haben sie immer gesagt, Vorsicht, aber da mit dem Trockenen und so schnell, es ist gefrierter Zungenfest. Ja, ich bin mal irgendwo bei so einem Schickimicki Event eingeladen worden. Natürlich. Also eingeladen, ich habe dort noch gearbeitet für ein Fernsehformat und dort haben sie nachher, nehmen wir irgendeine Starköchin aus der Schweiz, die hat nachher dort so Molekular-Zeugs gemacht. Und du bist natürlich null und nichts satt geworden, aber es hat alles so geil ausgesehen, angerichtet auf so Löfeli und so. Ja, aber eben, da bin ich dann ein bisschen raus. Ich finde auch so Sternenkuchen bis zu einem gewissen Grad geil, aber ich habe dann schon gerne, wenn es auch noch so etwas richtiges Essen hat. Ich kann lieber Harz essen anstatt Kopf essen. Ich war jetzt gerade am Studieren, ich würde gerne Foodtour buchen, wie ich das noch nie gemacht habe. Wir gehen auf Bergamo jetzt am Wochenende. Aber ich habe mich gefragt, es kostet 80 Euro und es ist aufgelistet. Also du gehst in drei Restaurante, aber ich habe wie die Befürchtung, dann bist du ja nicht satt und 80 Euro finde ich noch viel. Ja, also du fährst in was für ein Restaurant du gehst. Im ersten gibt es einfach so eine kalte Platte mit Käse und Brot und Trockenfleisch. Und dann gehst du zur nächsten gibt es ein Nudelgericht und in der dritten, keine Ahnung, gibt es ein Braten und dann ist noch ein Bier dabei und ein Tracciatella Glace. Ja, aber es klingt ja schon mal nach einem anständigen Essen. Ich habe das noch nie gemacht. Also die Italiener sind ja nicht so sparsam mit ihren Portionen. Ah, ist das so? Ja. Würde ich jetzt schon sagen. Ja. Ja, aber 80 Euro. Im Grunde genommen kannst du ja für 80 Euro easy zweimal in ein reguläres Restaurant. Ja, aber ich nehme an, das sind ja bessere Restaurante. Das weiss ich nicht. Aha. Sie haben natürlich die Restaurante nicht aufgelistet. Weisst du? So wie bei einem Pub-Crawl. Ja, ja, genau. Wo einfach so, jetzt gehen wir in einen megacoolen Club. Ja. Das ist einfach der einzige und der ganze Strasse, wo leer ist. Ja, genau. Und die reiben sich schon die Hände. Es wird auch geil, 15 Vollidioten kommen. Komm, du doch mal bravo hinzu, jetzt sind wieder ein paar da. Es gibt einen, der in Zürich so Bier-Crawl-Tour macht. Da haben wir das mal, wo wir besucht haben, überlegt, ob ich das mit denen... Und der macht das dreimal in der Woche. Und das heisst, der Typ muss dreimal in der Woche losziehen und dann irgendwie Bier degustieren oder so. Ich bin der Fischer zum Alki. Ja gut. Du kannst... Du musst ja nicht die anderen mühen. Ich glaube eben schon. Also wenn du möchtest, dass die Bock haben und so, musst du ja fast mitsaufen. Also jetzt der Kollege Horst Fürgut. Ja. Wo ja ein lustiger Comedian ist aus Deutschland. Mhm. Ein sensationeller Moderator und Warm-Upper. Genau. Mit dem habe ich jetzt gespielt. Und der macht ja fast keine Comedy mehr. Der macht jetzt eigentlich fast nur noch Stadtrundgang, hat er gesagt. Okay. In Köln. Ja. Und ich sag, dann hast du irgendwie so, historische Fakten. Nö. Null. Sondern das sind einfach irgendwelche Touris und die wollen halt einfach irgendwie noch einmal rumlaufen, die wollen mit jemandem labern, die wollen ein paar Bier trinken. Und er zum Beispiel trinkt ja kein Alkohol mehr. Aus Gründen. Ja. Ja. Und das geht wunderbar. Okay. Das ist tipptopp. Weil die wollen ja einfach. Also du selber musst nicht. Ich meine, das ist wie wenn du an einer Bar schaffst. Es gibt wirklich die zwei Wege, oder? Es gibt. Weg eins ist, du bist selber immer knallenvoll. Und zwar meistens bevor überhaupt jemand in die Bar reinläuft. Oder jetzt mal, wenn du dir etwas offerieren lässt, sagst Danke vielmals. Und du kommunizierst entweder offen. Ich nehme aber nur einen Apfelsaft oder was der Name ist. Oder du sagst Cheers. Lauf schnell hinter und schüttest das Ding aus, damit du auch die 14 Std. eingesackt hast. Okay. Ich kenne einen, der für den Espresso geschafft hat im Ausserdienst. Ah, der muss natürlich. Er hat gesagt, er hat bis 16 Espresso gesoffen am Tag. Mein Kollege hat früher bei Red Bull geschafft. Oh, auch schlimm. Er hat 5, 6 Red Bull am Tag getrunken. Das geht ja noch, oder? Ah gut, der Zucker ist halt hoch. Ey, das ist übel. Ja. Ich meine, das habe ich früher noch in mir hineingepfiffen und ich weiss, dass es nicht gesund ist. Ich erzähl dir das, ich habe mal ein Sechsenpack Geschenk bekommen in der Lehre zum Geburtstag. Und dann irgendwie, aus irgendeinem Grund, habe ich das Gefühl gehabt, ich muss die alle jetzt an dem Tag trinken. Wir hatten keinen Kühlschrank im Büro. Und ich wollte sie nicht nach Hause nehmen, weil meine Mutter gesagt hat, so Scheisse kommt uns nicht ins Haus. Und dann habe ich wirklich so Sechsenpack an einem Tag weggedätscht. Cool. Das ist mir so brutal. Ich habe dann wirklich Herzrasen gehabt und die Hand hat irgendwie so zittert und können pennen. Ja logisch. Ja eben. Und er hat das täglich gemacht. Ja. Aussendienst überall und also komm, trinken wir einen Red Bull. Ja. Zack. Das ist schon nicht so geil. Nein. Ich weiss noch, als Zwölfjähriger habe ich noch Basketball gespielt. Eine Juniorenmannschaft. Und dann habe ich vor dem Training mal einen Red Bull getrunken. Mhm. Und jedes Mal haben wir zuerst eine Dreiviertelstunde Training gemacht und dann noch eine Dreiviertelstunde eine Match. Und im Match bin ich Killer gewesen. Einer meiner besten Trainingsmatches ever. Ja. Ja. Und dann habe ich gedacht, das ist wirklich der Red Bull, gell? Und dann habe ich das nächste Mal, weisst du immer bei diesen Selectautomaten. Dann hast du zwei getrunken. Dann habe ich zwei getrunken. Und ich habe fast zusammengeklappt. Das ist überhaupt nicht gut gekommen. Ja. Mir war wirklich ein bisschen schwindelig. Ja. Und vor allem die Leistungskurve. Also ich habe mal vor einem Auftritt eins gesoffen. Und das hält ja nur für etwa 10-15 Minuten. Und dann siehst du, wie die Kurve absackt. Ja, weil der ganze Zucker entfriert. Genau. Und dann bist du so kaputt. Also es schliesst dich eigentlich mehr als irgendetwas. Ja, das ist nicht so ideal. Und die stehen ja oft im Backstage. Da hast du so kleine Kühlschränke, die auch mal drinnen stehen. Gibt es noch so Sondereditionen mit irgendwie Blueberry und so. Es hat mal Gähli gegeben. Die habe ich nicht Tropical geheissen oder so. Und dort hat er bei meinem Kollegen noch bei der Red Bull geschafft und dann hat man ab und zu eröffnet so eine Karte, also eine 24er-Ding. Und es ist eine Katastrophe gewesen. Es hat vielleicht eine halbe Woche gehabt. Ja. Also... Das ist... Die haben ja auch, ich weiss gar nicht, ob es das noch gibt, das Red Bull Cola, wo die Leute... Das ist anscheinend voll der Verkaufsflop gewesen, weil die Leute denken, es ist eine Mischung aus Cola und Red Bull. Ja, ja. Aber es ist eigentlich einfach nur Cola gewesen, aber halt von Red Bull hergestellt. Genau. Die Geschichte anscheinend ist ja, dass Red Bull und Coca Cola Company, dass die irgendeinen Pakt hatten, dass die einen das andere nicht machen. So. Da würde ich also jetzt Cola nicht vertrauen. Und das ist angeblich. Keine Ahnung, ob das stimmt. Das ist wahrscheinlich so eine Urban Legend. Und dann hat Coca Cola... Ich glaube es hat geheißen Burn. Ah, ja, 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 das ist ein völliger Flop gewesen. Ja, so eine schwarze Dose mit so einem Flammending. Aber es war eine Fischung aus Kaffee und Cola, glaube ich. Oder so. Nein, es sah wirklich gerne Energydrinks. Ah, okay. Aber mit Guarana oder irgendeinem Dreck noch drin. Ja, ja. Und als Antwort auf das hat dann Red Bull anscheinend das Red Bull Cola gemacht. Aber das war nicht schlecht. Ich habe es noch gerne getrunken. Ich habe es auch noch gerne gefunden. Ja. Vor allem mit Gin, erstaunlicherweise. Okay. Es hat irgendwie Indian Coke oder so hat es geheißen. Das könntest du glaube ich auch nicht mehr so nennen heute. Burn. Du, schau, Burn. Energydrink. Ei, ei, ei. Und früher hat es eine Zeit lang eine richtige... Jetzt haben sich ja auf den Bar so festgesetzt. Aber eine Zeit lang hat es ja eine richtige Epidemie an Energydrinks gegeben. Wo wöchentlich immer ein neuer rausgekommen ist. Ja, ja. Und alle so, hey, der ist geiler. Nein, du musst den drinken. Flying Horse. Und wir hatten einen, der hat geheißen, da bin ich so 16 gewesen, Battery. Okay. Und den habe ich geliebt. Und der hat wirklich ausgesehen. Die Büchse ist gesehen wie eine Batterie mit irgendwie Plus oben und Minus unten. Weisst du, so ein bisschen wie eine Duracell. Ja. Hat es ausgesehen, nämlich so dunkel und dann so das Braun. Und von denen habe ich es sechs am Tag getrunken. Was ist eigentlich mit Rockstar? Hat sich das in der Schweiz hier durchgesetzt oder ist das so ein Ami-Ding? Nein. Schau mal, wie geil. Das Layout hat schon alles gegeben. Das Layout ist super. Ich weiss... Ich weiss... Das ist eine Pride-Version. Mit verschiedenen Farben. Das hat verschiedene Farben. Scandinavian. Ich weiss, dass Monster immer noch hart reinhaut. Aber das gibt es noch in der Schweiz. Aber nicht Rockstar. Ah, Monster. Das meine ich. Ja, Rockstar hat es auch mal gegeben, aber Monster ist das mit den drei grünen... Mit einem M. Genau. Mit einem M. Mit einem M, wo so Katze sind. Und was natürlich jetzt abgeht... Trinkt das Hoppel. Was jetzt abgeht, ist Prime. Prime? Ja. Das ist für dich. Ich bin nicht mehr im Game. Das ist für deine YouTubers. Ich habe gemeint, die machen alle Eistee. Logan Paul. Was, der hat einen Energy Drink? Irgendwie... Ich weiss nicht, wie viele drin sind. Ich glaube, Logan Paul, der KSI... Da. Prime. Okay. Aber das ist so... Also es ist einfach Zuckerwasser. Das ist, glaube ich, nicht mal mehr Energy. Sie sagen Hydration Drink. Ach, das ist ja... Alle... Alle Podcasts... Wann machst du deinen ersten Drink? Weil ich höre jetzt einmal... Warte mal, wie heisst der Podcast? Irgendwie School of Wisdom oder so. Ja. Kennst du den? Das ist so... Ja, je nach Gast ist es mal gut, mal weniger. Aber der haut ja eins an Content aus. Es ist abartig. Der macht irgendwie drei von denen pro Woche. Und ich glaube jetzt neben... Ähm... Joe Rogan, einer von den Grössten. Und der macht einmal da Werbung für sein eigenes Gesöff. Und behauptet irgendwie... Ja, am Morgen... Ja, nicht Kaffee trinken, sondern... Deinen Körper braucht... Isotonische... Ja, 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 ja. Kauf mein Ding da. Ja, also es gibt ja... Also es gibt ja bei uns ein paar, die das machen. Vor allem im Alkoholfall kannst du das ja gut machen, dass du ja einfach die Blank... Blank Sprit oder Wein oder Champagner oder was weiss ich... einfach nimmst und dann halt machen sie Etikett drauf, was auch immer du wünschst. So. Aber es ist wie so ein Standard... So ein Standardgetränk, oder? Okay. Ähm... Und ich meine, das kannst du die ganze Zeit machen. Könntest du auch machen. Es gibt sogar... Ähm... Ein von diesen... Flyer-Alarm oder wir machen Druck. Könntest du sogar zum Beispiel Energydrinks. Wo auch von Ding zu einem Standardgetränk... Ja, ja, aber das ist ja nachher noch offensichtlich... Also... Das sieht man ja dann, wenn man das kauft, dass du nicht der Produzent bist von dem... Ja, das steht ja noch unten drauf, wer das gemacht hat oder so. Ja, irgendjemand. Aber das ist ja dann wie egal. Also, weisst du, bei Prime... Wer sagt, was Prime ist, wer Prime gemacht hat. Mhm. Weisst du, was ich meine? Mhm. Oder beim anderen mit seinem isotonischen Getränk. Es ist ja wie die Duschgels, die du im Hotel hast. Das macht ja nicht das Hotel selber, sondern es ist halt einfach irgendein Standardduschgel. Genau. Wo ein Etikett draufkommt. Ja, also das ist jetzt gerade ein bisschen teuer. Aber eigentlich ist es... 31st? Nein, nein, es gibt wirklich... Es gibt eine ganz günstige. Ah, für 24? Ja, aber immer noch. Weil ich jetzt nicht... Das ist... Also darum, dann kannst du... Theoretisch kannst du alles machen. Wenn du mal ein richtig geiles, geiles Werbeprodukt willst machen... Ja. 100%ig kann man es machen. Ja. Ich meine, ich hatte das mit denen Kaffeebacher. Ich hatte eine Idee von Mutzibacher. Ja. Und dann haben wir mal geschaut, was es gibt. Und dann haben wir die gefunden. Ich habe mal ein T-Shirt organisieren für eine Firma, für die ich gearbeitet habe. Ich sage jetzt nicht welche. Aber es ist, je nachdem, dann noch relativ teuer, wenn man es herstellen will. Unter fairen Bedingungen. Ja. Also verkaufst du es dann nicht mehr für viel Profit. Ausser du sagst... Ja, wenn meine Fans zahlen dann 40 Franken für ein T-Shirt... Du kannst vielleicht dort noch irgendwie 20 Franken für ein T-Shirt machen. Aber es ist jetzt also wirklich schwierig. Ja. Also das haben wir auch gemerkt. Wir sind nicht mehr so günstig wie auch schon. Ja, das ist so. Und sonst musst du einfach so Dropshipping mässig vorher noch Kleberchen wegschränzen. Nein, das finde ich... Oh, hast du die Dropshipping-Geschichte mitbekommen? Ja. Es gibt der eine Dude, der ist so aggressiv am Werbungsschalter auf Insta, TikTok, YouTube, Snap. Und zwar ist das so... Der sieht noch gut aus. Es ist so ein... Ich glaube ein 24-Jähriger, der dann einmal... So sieht das Leben aus von einem 24-Jährigen Multimillionär. Zuerst mal aufstehen... Es ist einfach so schnell geschnitten, schöne Kamerafahrten. Er, der ihm so einen Louis Vuitton-Gürtel inzieht. Ja. Geil nicht. Und dann läuft er dort... Vor ihm läuft einer mit einem Gimbal, der das filmt. Und er steigt in den Porsche ein und so. Und sagt, du kannst etwas nebenbei verdienen mit deinem eigenen Webshop. Und er bringt dir eigentlich bei, wie du Dropshippen tust. Also sprich... Erklär mir schnell, was das ist. Dropshipping heisst, du verkaufst irgendeinen Billowschrott aus Asien. Mhm. Und die Leute kaufen das bei dir auf der Webseite, haben das Gefühl, dass das Produkt bei dir irgendwo im Keller liegt. Das ist aber in Asien. Und das heisst, wenn das jemand bei dir bestellt, wie Bestellung einfach weitergeleitet an den Shop in Asien, der schickt dir das zu. Du schränzt die Etikette weg, packst es um und schickst es an den, der es bestellt hat. Das ist Dropshipping. Okay. Und das funktioniert halt nur... Also einerseits ist das Business tot, weil das jetzt mittlerweile so viele Leute machen, und andererseits funktioniert das halt nur in grossen Massen, oder? Also wenn du da irgendwie vier Päckchen am Tag, dann kannst du das selber ausrechnen, das ist das Schwierigste vorzuleben. Und eigentlich kannst du das Dropshipping nur betreiben, wenn du super aggressiv Werbung schaltest. Nämlich auf Insta oder irgendwelchen Kanälen, wo die Leute quasi nicht raffen, hey, wenn ich das schnell google, finde ich das irgendwo sonst billiger. Ja, ja. Also ganz viele machen zum Beispiel auch auf Amazon Dropshipping. Bei denen heisst es einfach anders, aber du kannst ja auf Amazon irgendwie einen LED-Duschkopf bestellen. Und dann Amazon hat der ja nicht, sondern irgendjemand hat einen Shop auf Amazon und bestellt dann irgendeinen Shop. Also ich habe das mal gehabt mit Sonnenbrillen. Auch. Ich habe mal eine Werbung bekommen, wahrscheinlich auf Insta, für schöne Sonnenbrillen, die preislich wirklich auch in einer Range waren, wo du sagst, das kann jetzt nicht der billige Scheiss sein, den ich irgendwie da auf der Strasse an einem Touriort bekomme. Und so mega schöne Fotos und so und so. Und dann habe ich zwei Sonnenbrillen bestellt. Und was gekommen ist, ist wirklich maximal 50 Rappen wert gewesen. Aber ich habe irgendwie hundert irgendetwas Franken gezahlt. Okay. Also es hat dann auch billig ausgesehen? Ja, auf den Fotos natürlich nicht. Nein, 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 aber in Acht. In Acht hast du angelangt, du hast das Gefühl gehabt, es ist absolut billig Plastik. Genau. Und du hast auch noch Angst, es ist wahrscheinlich nicht mal UV-geschützte Gläser. Weisst du so? Und der eine Dude, der das eben vertreibt, also beziehungsweise, der verkauft dir Dropshipping-Kurs. Also du lernst dann quasi in seiner Academy, wie man sich einen Shop aufbaut. Und das lernst du nicht von Ort, sondern du bekommst so Videos, die er getragen hat. Ja natürlich, Online-Kurs. Und dann hast du aber die Möglichkeit irgendwie, hast du wie so ein alt Customer Support oder so. Und die Kurs sind natürlich massiv übertührt. Also der billigste ist 2,5 Millen und dann geht es irgendwie über bis auf 20.000 Franken. Und da sind natürlich dann so Leute, die machen gerade eine Lehre als Kfz-Spengler oder so. Und haben dann das Gefühl, geil. Und verschulden sich dann hart. Und dann bist du natürlich gerade betrieben. Und so. Und jetzt hat das SRF so einen Talk gemacht über den, wo das quasi entlarvt wird, das System. Und es ist noch krass, wir sind jetzt wie so ein Rechtfertigungsvideo gemacht, wo aber so schlecht ist, wie sie die Vorwürfe einmal aufgreifen und die dann benutzen, um Werbung zu machen. Ja, ja, ja. Also weißt du so, irgendwie, ähm, uns wird vorgeworfen, dass die meisten von diesen Shops nicht profitabel sind. Da sprechen unsere Zahlen ganz eine andere Sprache. Also 93% von unseren Mitgliedern machen über 10'000 Franken Umsatz und das schon im ersten Monat und so. Das ist einfach super cringe. Aber wenn der dann nichts sagt, das ist natürlich, ich finde das so lustig, weil das wirklich, die Werbung, und du merkst genau, es zielt halt so auf Junge ab, wo quasi geil, Lamborghini ist ein Statussymbol Willi auch. Ja. Und gemäss Recherche vom SRF, also der hat irgendwie, ich glaube 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die müssen pro Monat, müssen die 100'000 Umsatz machen, wo du denkst, holy shit, das ist ja mega viel. Also du musst irgendwie 30, 50 von diesen Kursen verkaufen und die Firma macht, glaube ich, einen Jahresumsatz von 30 Millionen Franken, oder so. Das ist schon krass. Mit quasi Schulungseinheiten, die böse gesagt auf YouTube gratis findest. Ja, jetzt ist eben die Frage, ob man dir das Knick bricht. Aber die ganzen Autos, die er in den Videos zeigt, das sind anscheinend wirklich sinni. als jetzt eine Garage mit drei Porsche, so einem Lamborghini und so. Gut, im Normalfall, also bei dem glaube ich wahrscheinlich, dass das Seinzeug war, aber oft ist ja das auch auf der Miete. Ja richtig, genau. Aber gemäss Recherche geht es wirklich ihm. Okay. Ja, das finde ich krass. Ja, also. Und der ist einfach gut so im sich verkaufen. Kannst du ja auch leisen. Ja, klar. warum brauchst du mehrere Lamborghinis? Das ist ja dann voll doof. Also, ob einer nicht mehr lange will, und es wäre mein Albtraumauto. Weil es schauen dir ja dann alle zu. Ja, ja. Versuchen wir mit so einem Sittlicht zu parkieren. Dann hast du noch in so einem Violett, mit so kleinen Glitzer, Glitzerelement. Wie heisst das? Metallic. Smarovski. Aha! Du meinst den Lack? Ja. Oder matt lackiert. Das wäre natürlich auch geil. So neongell, matt. Aber dann schauen dir ja alle zu, wenn du mich einparkieren bist. Das würde mich so nervös machen. Ja, das habe ich mal gesehen, in Italien mit zwei Ferrari. Und das ist wirklich, das ist ein Cabaret von einer halben Stunde. Weil die haben ja wahrscheinlich auch nicht so eine Parkassistenz, oder? Nein. Und dann wirklich, weisst du so, die Vorzeuge, eine Modelfrau. Die ist schon ausgesteckt im Hündchen. Ist schon draussen. Muss sie dann noch so wickeln. Und hat dann so ein bisschen Anweisungen gegeben. Aber nicht zu viel, weisst du? Ja. Weil man will ja auch nicht scheisse dastehen. Nein, nein. Und es sind aber auch zwei gleichzeitig gesehen. Und das Wichtigste auch beim Parkieren ist die ganze Zeit. Einfach immer so grundlos den Motor aufhüllen lassen. Ah nein. Obwohl du ja dann eigentlich gar nicht in den Laden fährst. Ja richtig. Du kannst ja eigentlich nur noch, du kannst ja mit der Kupplung arbeiten. Genau. Okay. Ah. Aber immer noch schön im Leerlauf ein bisschen aufs Gas. Aber hat es dann geklappt? Ja, es ist einfach eine halbe Stunde gegangen. Ach, wie unangenehm. Und dann, eine halbe Stunde später, sind sie weitergefahren. Weisst du? Keine Ahnung. Schnell in den Laden. Ja, und in den Glacier. Weisst du? Ja, absolut. Nein, ich würde wirklich nicht so ein durches Auto wollen. Das wäre so das Letzte auf der Leiste. Nein, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich bin fasziniert vor, also vor allem von Rennautos und so Sachen. Aber bei Strassenauto bin ich wirklich... Aber vielleicht ist ja... Meinst du, wird man zu einem besseren Fahren, wenn man erstmal quasi ein durches Auto hat? Weil man sich wie... Weisst du, das ist ja wie... Also, die Geschichte... Du kaufst dir eine teure Pfanne, dann sagst du, ja, jetzt mache ich auch nicht mehr den Budgetlachs, also jetzt lasse ich es krachen. Die News erzählen eine andere Geschichte. Okay. Das ist wirklich einfach, wie viele Jahre du schon Auto fährst, im Normalfall. Ja. Also, ähm... Die meisten Unfalle sind irgendwie vor 18 bis... Keine Ahnung was... 24-jährige... Autolenker... ...hine... ...wannst du auch hauptsächlich Tuts? Wie kennst du... Und das Problem ist, übermotorisierte Zeugs, die sie halt nicht bedienen können. Ja. Kennst du den Chico aus Deutschland? Nein. Der Lotto-Millionär. Nein. Viereinhalb Millionen gewonnen. Das war ein Kranführer. Und dann hat die Lotto-Sellschaft gesagt, aber bitte nicht an die Öffentlichkeit. Und was hat er gemacht? Ein Insta-Kanal mit Chico, der Lotto-Gewinner. Wieso nicht an die Öffentlichkeit? Ja, weil das halt doof ist im Sinne von... Die Leute kommen ja dann, wie sie irgendwas wollen von dir. Aber der hatte das Gefühl, hey geil, jetzt kann ich quasi auf Social noch bekannt werden. Ja. ich bin der, der im Lotto gewonnen hat. Ja. Jury hat das gekauft. Und er hat gesagt, ja, aber das sei ja eine Investition für die Zukunft. Drei Autos. Ja. Die steigern ja den Wert. Das weiss man ja. Also das Auto, sobald du es gekauft hast, das liegt ja nur noch zu. Aber trollt der? Aber meint er das wirklich? Aber der ist super doof. Also weisst du, so nett. Also halt, das ist im Grunde genommen so einer, wo du es bei so einem RTL 2 Format gesehen, wo irgendwie so Hartz-IV-Empfänger, weisst du, wo du sagst, ah, er hat lustige Sprüche darauf, sympathisch, aber eigentlich voll doof. Und das ist genau so einer. Weisst du, was ich jetzt erfahren habe, äh, das Weekend? Der, 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 der Henssler? Welcher? Der Stefan? Ah, der Koch. Der Koch, ja. Steffen. 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 Steffen Henssler. Ja. Der hat, äh, anscheinend auch mal im Lotto gewonnen. Wirklich? Ja. Aber nicht, nicht mega, mega fest. Ja. Sondern irgendwie so, also trotzdem easy. Weisst du, keine Ahnung, 100.000, 200.000, einfach irgendwie so. Und mit dem, hat er sich dann, der Brand aufgebaut. Nein, seine Ausbildung finanziert, wo er in Japan gelernt hat, Sushi machen. Okay. Der ist eigentlich ein gelehrter Sushi... Sensei. Sensei. Ja? Ninja. Sushi-Ninja. Also es ist, hören, sagen, ich habe keine Ahnung, ob es stimmt. Aber, äh, äh, ja. Er ist ja eigentlich dann verschenkt, wenn er macht, Grill den Hänseln. Er müsste ja irgendwie... Ja, aber er hat, er hat in Hamburg, hat er, äh, non plus ultra Sushi Bude. Ah, wirklich? Ja. Ich sehe, du bist viel tiefer drin, in dem Sternekoch-Game. Das ist, ich bin, ich bin nach Jamie Oliver ausgestiegen. Das habe ich jetzt erfangen. Ich bin mal in seinem Rest zu essen. Oh, ich habe auch mal gesehen. Also das billige, wahrscheinlich an so einer Kette. Aha. Ist ja alles bankrott gegangen. Alles bankrott, aber es war im Fall nicht schlecht. Ja. Nein, ich bin mal in seinem, in seinem richtigen Restaurant gesehen. Mhm. Ähm. Wo es, ich glaube, eine Woche später ist es einfach dicht. Ich hoffe es ging. Aber es ist so fancy. Aber den gibt es noch immer. Jetzt irgendwie, ich habe ihn gerade gesehen, beim Graham Norton, hat er irgendwie ein neues Buch promoten. Ja, ja. Natürlich gibt es ihn noch. Er hat auf seine, seine Restaurantkette, hat mir so dicht machen. Ja, aber das, oft liegt das ja nicht, also weißt du so. Family Business. Ich nehme mal, Buchhaltung macht ja dann jemand anderes. Hänseln, Hänseln. Ah, ist das der Papi? Oder Brüder? Brüder, keine Ahnung. Und, nein, es muss fast der Vater sein, also sieht ja massive älter aus. Aber such mal wegen Lotto. Ja. Das Restaurant interessiert nicht so. Aber, sei das beste Sushi, äh. Ja, sieht auch geil aus auf diesen Bildern, aber ist halt so ein, äh, amerikanisiertes Sushi. Also, in, äh, ob der Hänseln im Lotto gewonnen hat. Da merkst du immer, ob der Christoph zugelöst hat oder nicht. Ja, mach nichts. Ah, Lotto gewonnen in den 90er Jahren. Ah, schau jetzt. 44'000 habt ihr gewonnen. Ah, eben, nicht einmal so viel. Nein, das ist jetzt nicht so viel, aber natürlich zum Ausbilligfinanzieren, perfekt. Ja, super, oder? Ja. Was, was würdest du machen mit, äh, was würdest du machen mit, äh, mit, äh, mit, äh, mit, äh, mit, äh, mit, äh, ähm, 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 mit, äh, mit, äh, mit, äh, mit, äh, den Hund zehn Jahre lang dort abgeben, äh, und das ist finanziert. Ich glaube, da eine gibt's ja, also bei mir, wo ich wohne, gibt's so einen Hundesitter, der kostet, glaube ich, 85 Franken am Tag, oder so, das kostet ihm echtes Schweinegeld. Es ist immer noch günstiger als ein Kind. точно. Uns gibt's besseren Essen als in der Kryta. Wahrscheinlich, ja. Ja, nein, aber dann, äh, das ist ja, das sieht nach einer Goldgruppe aus. Also die ganzen Expats, wo dann ihre Köter abgehen und die dann am Abend wieder gehauen. Ja, ja. Wahnsinn. Du läufst ja entlang ja abr jakieś von 15 Hunden, das kannst du ja ausrechnen, das ist ja super. Und dann, einer hat mich mit ihnen laufen gem contractiert, und der bringt so eine, ähm, Ein Gurt mit so ganz vielen Karabiner und an jedem hängt eine Leine dran. Das ist so lustig. Und dann läuft der und es sind etwa zehn Hunde hängen an dem dran. Sie teilen es einmal auf, also die Großen mit den Mittleren und die Kleinen müssen allein. Weil die kannst du nicht kombinieren. Aber ich habe gemeint, du willst eher selber mal so ein Hundensitter werden, weil dann hast du das eigentlich erledigt. Ich habe es sogar schon mal überlegt, ob ich einfach mal so rufen und fragen, brauche ich dann noch einen? Aber das war doch eine gute Work-Life-Balance. Hundensitter by day, Comedian by night. Ja, absolut. Aber wenn du ihn selber hast, du kannst ja auch einen eigenen Hund haben und dann sagen, ich hüte aber noch einen an dem Dato und gebe ihn dann wieder ab oder so. Why not? Why not? Ich meine, Büssi muss ja auch irgendwie regeln können mit seinem Hund. Ja, aber er hat ihn ja meistens dabei. Er nimmt ihn nicht mehr mit. Ja. Und es geht ja auch gut. Ja gut, vielleicht, wie viele gewisse Sachen brauchst du als Auto? Oder wenn du einen grösseren hast, ist ÖV natürlich mega mühsam mit mir. Ja, das ist so. Und Ferien, das musst du natürlich auch immer planen, wie du das machst. Ja logisch, dann musst du ihn halt mitnehmen oder abgeben. Genau. Aber ich weiss, also weisst du so, bei den Hunden kannst du nicht abgeben für 14 Tage. Die drehen dann durch und fressen dann am anderen Sofa kaputt oder so. Aber das mache ich manchmal, am Abend bin ich einfach so, ich nenne es so Hund dahinter. Weisst du dann gegangen, so bei Tierheimen zu schauen, welche Suche das Plätzchen und so. Dann ist mir schon aufgefallen, die Kleinen, die sind am einfachsten zu vermitteln. Dort steht immer irgendwie, hat Interessenten oder vergeben. Ja. Und dann hast du so die Notfälle, das sind immer so grosse, die irgendwie aus Rumänien und der Hund ist 11 und da will niemand mehr. Die tun mir immer mega leid, weil die sehen super sweet aus. Ich habe ja eine klare Message vom Schicksal gehabt, weil ich habe immer gesagt, wenn ich einen Hund hätte, wäre es wahrscheinlich ein Multi-Poo. Ja. Und ich würde ihn Louis nennen. Und danach bin ich auch irgendwie mal so schnell, weiss ich nicht, mit der Janik hatten wir es von Hunden. Da habe ich so ein Multi-Poo eingegeben und dann ist gerade auf irgendeiner Vermittlungsseite einer verfügbar gewesen. Und es heisst, unser Multi-Poo Louis sucht ein neues Zuhause. Und ich habe das Bild angeschaut. Also es ist eigentlich genau das, was ich immer gesagt habe. Ja. Da musste ich mich wirklich sehr, sehr fest zurückheben in dem Moment. Aber es war auch nicht möglich gewesen. Eben, also für dich jetzt auch. Dann gehst du auf Berlin und musst du schauen, wer nimmt die Hund. Ja gut, also ganz ehrlich. Das habe ich gerade gestern gesehen. Ich weiss nicht, ob ich noch auf Berlin muss. Jetzt vielleicht nicht. Liege mal! Ah! Zeig doch mal! Ah! Das ist so herzig! herzig sein und vor allem recht clever mit dem Hund mega viel beigebracht. Das Problem ist bei den Kützungen, sie können die genetischen Traits von der einen Rasse haben oder die genetischen Traits von der anderen. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Das heisst z.B. ein Maltipoo kann entweder mega Malteserig sein, aber auch mega Pudelig sein. Ich wüsste nicht, was der Unterschied ist. Ja, musst du mal nachlesen. Die einen sind deutlich mühsamer. Wir haben dem beigebracht, wie er unsere Socken zusammenlesen muss. Und dann hat er sie in die Waschmaschine gerührt. Als wäre es so ein Tieflader gewesen. Das war einfach super herzig. Und dann hat er herausgefunden, es hat direkt neben der Wohnung einen Hundepark gehabt. Und eigentlich musst du mit dem Hund nicht spazieren gehen. Du musst mit dem in den Hundepark gehen. Dann hast du ihn ab der Leine gelassen. Und dann sind ja immer andere Hunde da gewesen. Und dann hat er mit denen gespielt. Also der hat sich dann auch austobt für eine halbe Stunde. Und dann bist du wieder zusammenlesen und bist zurück in die Wohnung. Und in der Zeit hast du mit denen gesprochen, die mit anderen Hunden halten, das Bierchen getrunken und so. Und ich habe dem Viech so viele Tricks beigebracht. Dann hast du sagen, beng, beng und er hat sich totgestellt. Und das Geilste war aber, dass er im Fernsehen andere Viecher erkannt hat. Und er hat alle andere Tiere angemeldet. Wenn im Fernsehen etwas gekommen ist mit einem Hund oder einer Katze. Es gibt doch den Charmin-Bär aus der WC-Papierwerbung. Ich glaube nicht, dass es das noch gibt. Aber es gibt... Kann es, dass ein Hund ist? Ein Hund ist auf den Fernsehzugrennen. Dann fangen wir anzubeellen. Es ist ein Bär. Es ist kein Hund. Ein Bär. Ein Bär, ja genau. Aber irgendwie alle anderen Tiere sofort angemeldet. Es gibt ja so lustige Videos von Leuten, die Sport schauen mit ihren Hunden. Und wenn die richtige Mannschaft den Goal schiesst... Dann bellt er. Ja, dann machen sie... Und drehen sich. Es hat mega Freude. Und sie sind immer so kurz davor. Vor allem Fussball. Und dann sind sie so... Und dann geht er nicht rein. Dann sind sie so... Und dann, wenn es ein Goal geht... Und drehen sich. Das ist auch, wenn ich auf meiner Instagram... Wie heisst die Seite? Explorer Page oder so... Einfach die Lupe. Keine Ahnung. Ja, genau. Bei mir sind es alles so Videos von irgendwelchen Labradors. Oder jetzt neue Pandabären. Bei Pandabären gibt es so geile Videos. Aus diesen Parks in China. Weisst du, die stellen denen ja quasi so Kinderspielzüge rein. Weisst du, die fahren jetzt irgendwie in GoCard und so. Und die sind... Also für das, dass es ein Bär ist... Muss man sagen... Also das Bedrohungspotential ist schon gleich null. Also sie sehen super kuschelig und doof aus. Du siehst, wie die dort irgendwie Rutschbahnen runterfräsen. Oder von so einem Klettergerüst runtergehen. Sie sind super... Super doof. Und anscheinend... Sie haben alles zu fressen. So ein Pandabär. Und äh... Die haben sich wie äh... Die haben sich das abgewöhnt äh... Fleisch und so zu fressen. Die fressen eigentlich nur noch da ihren Bambus. Ja. Wo halt super schwer zu verdauen ist. Und darum... Ähm... Sind sie relativ träg und lethargisch. Aber herzig. Ja, das ist die Rutschbahn. Und da... Wie geil! Das ist mega herzig. Hast du gewusst, dass sämtliche Pandabären in die Zoos... Alleingabe sind von China? Nein, das ist ja nicht. Das gehört alles an China. China lernt dir den Bär aus. Natürlich war sie das. Aber technisch gehört er noch immer rein. Ja. Das sehe ich jetzt dann. Ich freue mich. Stimmt. Ich gehe auch die Pandabären anschauen. Es gibt irgendeine Stadt, die bekannt dafür ist. Und dann gehen wir runter. Panda. Panda City. Genau. Panda City. Yes. Du schaust schon auf die Uhr? Ja, ich weiss nicht. Wir werden ja die Leute da nicht mit zu viel Premium-Content verwöhnen. Ja, also ich... Sehr, sehr muntere... Was sagen wir? Fast 90 bin ich. Ey, das reicht doch, oder? Ja. Weisst du, was ich jetzt sehr schön fand? Nein. Wir haben jetzt ein halbes Jahr lang immer nur über die Programme geredet. Ja. Heute wieder einmal. Genau. Darum fand ich es schön, dass wir wieder mal... Das war ja ein recht normales Gespräch für uns. Wenn nicht gerade ein Programm in der Erarbeitung ist. Ja. Aber irgendetwas. In alle Richtungen. Schön, dass du das Programm auch nicht mehr hören kannst. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, es muss ja auch mal ein anderes Gespräch geben. Das stimmt. Zwischen uns, ja. Ja. Weil, wenn der Pod rauskommt, hast du einen Tag vorher, gestern sozusagen, Premiere gehabt. Der kommt schon am Freitag. Ja. Oh, stimmt. Dann hast du Premiere gehabt. Ja. Bombe gesehen. Mega. Und jetzt auf Tour. Ja. Genau. Frankrichter.ch. Viel Erfolg. Danke. Alles Liebe. Danke, Christoph. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.